Please hold for a very important message. Haben wir es, ne? Und es läuft doch schon die Aufnahme. Sind wir on air? Wir sind on air. Brauchst du noch Tuch? Hab ich irgendwas? Ne. Kein Puppel, ich hätt's dir gesagt. So. Das wär so nett. Ja. Alles was du innerhalb von 5 Sekunden wegmachen kannst, darfst du ja ansprechen, ne? Ja. Hast du die Regel, kennst du die? Ne. Nein? Also du sagst ja nicht so, du hast ja voll das Doppelkinn bekommen. Aber wenn du was zwischen den Zehen hast, dann kannst du es in ein paar Sekunden verändern kannst, das soll man dem anderen sagen. Das Ding ist halt, ich hab einen richtig guten Kontakt zu meinem Schönheitschirurgen, der wohnt bei mir auch um die Ecke, der würde vieles innerhalb kürzester Zeit verändern können. Ja, gut. Weißt du? Ja, ja, ja. So. Liebe Schnuffelhasen, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die Kim. Die Kim. Kim, ähm, wie ist das alles passiert? Warum bist du neben mir? Also ich bin ein Schnuffelhase. Mhm. So ungefähr der ersten Stunde, nicht ganz, aber schon ziemlich lange. Ja. An der Stelle liebgrüße an Luana. Ne? Durch sie kenne ich dich. Und ja, ich war bei der Babyparty von meiner Freundin und da hat sie mir von dir erzählt. Ja. Und seitdem liebe ich deine Videos. Ich hab ja gestern schon gesagt, ich hab das Gefühl, ich kenne dich in- und auswendig gefühlt schon. Und deswegen hab ich mich richtig gefreut, dass du mir geschrieben hast, ob wir zusammen eine Reaction machen. Und hier bin ich. Ich find's so geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hab ich bei dir, wir haben ja gestern schon vorgearbeitet, wir waren schon fünf oder sechs Stunden am prominent getrennt schauen. Es ist nämlich die Folge 9, die wir heute kommentieren. Richtig. Und es fühlte sich auch für mich an, wie eine Freundin zu treffen. Voll schön. Als ob wir uns schon kennen, ne? Und das ist ganz spannend, psychologisch, weil du kennst mich und du strahlst so diese Energy aus, dass wir uns kennen und damit gibt mir das das Gefühl, ich kenn dich. Oh, schön, Oma! Ja, jetzt musst du mir erzählen und auch den Zuschauern, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ganz kurz, wo guckst du eigentlich rein? In uns oder in das Rote? Immer in dieses, versuchst du hier reinzuhauen. Ah, ich guck die ganze Zeit auf den Bildschirm. Ja, das ist richtig arrogant. Oh, Entschuldigung, ich bin alles aber nicht arrogant. Okay, ich gucke in die Mitte, ja. Ich hoffe, ich schiedle nicht oder so. So. Oh Gott. Erzähl doch mal den Schnurfelhasen, was du so machst. Ganz kurz, ja, mein Gesicht produziert so viel Schweiß auf einmal. Ich bin auch die ganze Zeit am drehen, meine Augen tränen, aber so, ich tuffe mich kurz ab, jetzt ist es wieder gut, ja? Wie erfahren bist du eigentlich mit YouTube-Videos? Das ist mein allererstes, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist das aufregend für dich? Ja, volle Möhre. Ja, deswegen kommt vielleicht der ein oder andere Schwitzer. Aber wir sind hier voll, wir nehmen uns so wie wir sind in der Community, weißt du? Ja, sowieso bei den Schnurfelhasen, ey. Weißt du doch. Ja, ja, klar. Ich liebe doch auch immer deine ersten paar Minuten gelabert. Meinst du gerne? Da kriege ich deinen Input, deinen privaten Input. Weil ich hab schon gesagt, Sani, mach mehr Instagram-Stories. Ja, hab ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben. Hab direkt eine Umfrage gemacht, ob die das wollen. War auch, 3% waren dafür. Verarsch bin ich. Nein, nein, nein. 90% sogar. Ich hab die Abstimmung noch nicht gesehen. Muss ich mal abstimmen noch. Aber ich kann mich halt damit noch nicht so identifizieren. Aber ich probier's mal. Ja. Ja. Erzähl doch mal bitte, woher könnten dich die Menschen kennen? Von Instagram eventuell. Da bin ich schon echt eine ganze Weile unterwegs. Wie lange? Ein Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt, Leute. Ja, ich hab ein paar Kinder bekommen und hab das dann quasi, also lange Rede kurzer Sinn, ich hab einfach Anschluss bei jungen Mamas gesucht und ja, mich bei Instagram angemeldet und da dann meine Bilder hochgeladen und so sind ganz viele Leute auf mich gekommen und haben dann gesehen, ach, die macht ihre Ausbildung bei DM und kriegt noch ein Kind und hat noch ein Kind zu Hause. Das ist ganz spannend. Und so haben die mir zugeschaut, die Leute. Und so ist es irgendwie mit den Jahren einfach gewachsen. Und macht Spaß, ne? Das ist einfach Family-Alltag so ein bisschen. Geil. Ich hab einige Freundinnen, die das auch gerne machen wollen oder auch machen schon. Ja. Und als du mich dann das erste Mal markiert hast, haben die mir das geschickt und waren so, oh mein Gott! Kim hat dich markiert! Also du hast schon eine ganze Menge Menschen inspiriert, dir zu folgen. Ja, du hast die Schnuffelhasen, ich hab mein Schneckenhäuschen. Also Schneckenhäuschen? Ja, also eigentlich ist das Schneckenhaus-Thema erst so ein bisschen seit Corona entstanden, weil da war ja Homeschooling und alles und wir waren alle non-stop zu Hause. Hast du gemacht? Ja, ja. Hier mit sechste Klasse und, ne fünfte Klasse und zweite Klasse Homeschooling und das war schon... Da waren wir halt alle immer in unserem Zuhause. Es war ja nie, dass irgendwie einer mal zur Schule geht, zum Kindergarten. Die Hobbys waren auch alle weg. Kein Fußball mehr, kein Turnen mehr, etc. Oh wow, okay, ja. Und dann hab ich mich so ein bisschen zurückgenommen und auch echt nicht mehr so viel gefilmt, weil ich mir dachte, wenn die Kinder keinen... Also wenn alles nur noch zu Hause stattfindet, dann kann ich das auch nicht mehr so doll alles so präsentieren. Weißt du, wie ich meine? Macht das Sinn? Also dann ist es so, ich hab auch mein Profil ja auf Privat gemacht, weil ich so richtig... Ich weiß nicht, das war... Das war so eine Phase, da wollte ich nicht mich so angreifbar machen und dachte mir, ich bin einfach in meinem Schneckenhäuschen und fühl mich da wohl, weil... Naja, ich kann mir das schon irgendwie vorstellen. Die Umstände sind anders, alles ist irgendwie intensiver, ihr hockt sowieso eh alle viel aufeinander und dann hattest du vielleicht das Gefühl, hey, das ist gerade vielleicht ein bisschen zu viel von meiner Privatsphäre. Ja, und ich bin auch... Also ich bin so vom Typ her so, dass wenn mir alles zu viel wird, dann zieh ich mich zurück. Also hast du dein Account jetzt gelöscht? Na, natürlich nicht! Das wär schade drum, um die ganzen Leute... Ich bleibe Instagram erhalten, bis ich... hoffentlich 60 bin oder so. Ich seh mich als Oma noch das machen. Ich find das so spannend, also ich will dieses Intro gar nicht so lang ziehen, weil wir wollen ja eigentlich auch kommentieren, aber du inspirierst mich richtig, weil... Bist du eine Influencerin oder bist du... Wie findest du dieses Wort? Ich hasse das Wort. Ich finde dieses Wort komisch. Ja, ich hasse das Wort auch, weil es einfach auch zu viele schwarze Schafe in diesem Business gibt. Deswegen... Ich bin eine ganz normale, wie von nebenan. Und ja... Mary, komm rein! Dein Kaffee kommt! Wir kriegen einen Kaffee! Ja! Du darfst das übernehmen. Ich bin weg. Du kommentierst einfach. Okay! Ich komm später dazu. Tschüss! Das hättest du gerne. Egal. Und die andere... Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Ich mag nichts, was Erwachsene mögen. Keinen Kaffee, kein Wein, kein Bier. Keine Männer. Nee, den hab ich schon daheim. Ja, stimmt. Und du hast mich auch derbe inspiriert. Du hast einfach so schön von deiner Beziehung geredet. Wirklich, Leute. Richtig schön. Und da glaube ich noch an die wahre Liebe, wenn ich das höre. Ja, ne? Würdest du ein, zwei Sätze dazu sagen? Ja, ich bin... Mein Mann ist mein allererster Freund. Meine erste große Liebe. Meine allerersten sexuellen Erfahrungen. Wirklich das ganze Programm. Und ich bin mir trotzdem auch so 100% sicher, dass wir zusammen alt werden. Das ist so schön. Ich brauche keinen anderen. Ich will keinen anderen. Ich bin glücklich, so wie es ist. Und es ist... Da hat man schon mit 31 bisschen das Gefühl, man hat einen riesen Check schon so im Leben. Weißt du? Ja. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, voll. Die ganzen Datingsachen muss ich halt alle nicht mehr machen. Das ist schon sehr entspannend, muss ich sagen. Ich bin auch dabei gespannt, was du hier gleich zu den einzelnen Situationen sagen wirst. Ja. Weil ich war bislang eher so auf, in meiner letzten Beziehung, die vor kurzem geendet ist, so auf super independent, super autonom, weil ich mich angepasst habe. Wir haben ja auch über die Bindungstypen ein bisschen geredet. Sehr spannendes Thema. Falls ihr da auch reingucken wollt, dann schaut euch das Video an. Und ich bin da jetzt aber weg von. Also wenn ich Menschen wie dir zuhöre oder auch einer anderen Freundin, die hat drei Kinder und ist mit ihrem Mann seit zehn Jahren zusammen. Oh schön. Denke ich mittlerweile, nee, das will ich. Also ich will so eine... So eine Konstante im Leben. Genau. So was Festes. Ja, das ist so traurig, dass es heutzutage so... Selbst als ich 16 war und meinen Mann kennengelernt habe, das war... Damals gab es nur Yappi. Also über Yappi hat man ja nicht so sich kennengelernt. Ist das eine Dating-App oder was? Nee, das ist einfach... Kennst du nicht Yappi? Yappi? Ah, dieses mit dem roten. Wo die Bilder auch immer so gebrandet wurden. Da war immer Yappi.de im Bild. Und was hat man da gemacht? Oh, das war doch mit der Pinnwand. Und dann hast du doch immer so... Dann konntest du den anderen Leuten mit deinen Coins irgendwie Geschenke machen. Und dann war man immer so voll so... Ah, ich hab von dem und dem Diamant geschenkt bekommen. Kennst du das? Achso, nee, das kenn ich nicht. Heute ist das Onlyfans, ne? Heute hab ich einen Schlipper aus Swarovski bekommen. Ja, nicht ganz, aber Onlyfans ist auch krass. Aber SchülerVZ, hattest du das? Das hatte ich, ja. Mit diesen ganzen Gruppen, wo man dann beigetreten ist und so? Ja, ja. Ich war in keiner dabei, keiner wollte mich haben, aber... Du bist doch einfach dazugekommen in ne Gruppe. Achso, okay, ich hab mich nicht getroffen. Nein, Schwarz, ich weiß nicht mehr von den Gruppen Bescheid, aber ja. Ja, da wo du dich einfach zugehörig gefühlt hast, bist du beigetreten in den Gruppen. Ja. Aber lange Rede gar kein Sinn. Das war damals nicht im Sinne von Dating, sondern einfach nur so, man konnte auf einmal sich unterhalten. Bisschen wie SMS. Ah. Und jetzt ist ja in dieser heutigen Gesellschaft so Tinder hier. Swipe. Match, no match. Ja, genau. Ach, meine Beziehung ist irgendwie nicht mehr so gut. Gibt bestimmt noch jemand anderen, der besser ist und dann... Ja, dieses Austauschbare. Und hast du ihn über diese App kennengelernt oder diese Yuppie? Ne, ne, ne. Auf dem Fußballplatz. Richtig. War jugendlich und wollte einfach ältere Jungs gucken mit meiner Freundin und hab mich da direkt in ihn verliebt. Ja. Also er ist sieben Jahre älter und dann war ich mit 16 und da war der Altersunterschied damals noch ein bisschen größer, deswegen... Ich wusste aber direkt, das ist er. Voll schön. Voll schön. Ja, ne. So, let's go. Leute, also schön, dass du da bist. Danke. Du bist ja extra nach Hamburg gekommen auch, ne. Ja, für mich war es ein bisschen auch auszeitmäßig. Das ist voll toll. Osterferien gerade vorbei, vier Kinder sind alle wieder in der Schule und im Kindergarten und dann hab ich mir gedacht, ich komm nach Hamburg. Ich hab auch richtig gesehen gestern schon, du freust dich einfach auch mal so einen Tag hier in einer anderen Stadt. Ja, einfach mal in einem Hotelzimmer schlafen, gemütliches Bett, keinen Haushalt machen, kein Kochen, keine Kinder. Einfach chillen. Das ist richtig schön gerade. Glaube ich dir. Ja. Ich hab das halt immer, also ich hab zwar keine Kinder, aber zwei Hunde und immer wenn ich sie bei meiner Sitterin abgebe, denk ich mir so, wow. Schön. Du kannst atmen, ne. Mal kurz keine Verpflichtung. Ja, mal einfach so, bei mir ist es jetzt Party bis um sieben Uhr morgens bleiben oder whatever, ne. Bist du ein Partygänger? Seit meinem Kniebruch, ja. Ja? Ja, weißt du, das Tanzen, dass ich das überhaupt kann, dann schätzen gelernt hab irgendwie. Vorher war ich ein bisschen Potato geworden. Ja. Aber seitdem ich dann zwei, drei Monate nicht richtig gehen konnte, hab ich gedacht, wow, ne, Tanzen ist so schön. Süß, cool. Ja, ja. Du? Ne. Nichts, ne? Aber du machst ja eh gar nichts, was Spaß macht. Sie trinkt keinen Kaffee, sie trinkt keinen Alkohol. Ich mag keinen Kaffee. Sie isst kein Fett. Sie isst kein Brot. Doch, 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 doch. Also ich esse auch so ungefähr alle Süßigkeiten und ich liebe ungesundes, aber Wein, Bier, Kaffee, also alles, was eigentlich Erwachsene ist irgendwie auch mit 31 nie bei mir angekommen. Ich mag es nicht. Ja, ja. Oh man. Schön. Ähm, ja, also. Folge 9 prominent getrennt. Ihr könnt das ganze gucken auf Airtel Plus. Und, ähm, falls ihr ja noch kein Airtel Plus Premium Abo habt, dann könnt ihr das über mich vergünstigt bekommen. Alles, was ihr dazu... Wie kann man das nicht haben? Wie kann man das nicht haben, ne? Das ist die Frage der Fragen. Das ist heute ein Hauptbestandteil, ne? Absolut. Du könntest ohne nicht leben, ne? Ne. Aber Vera ist zum Beispiel, sie hat, äh, sie benutzt nicht so viel Airtel Plus. Also das fand ich auch sehr... Was macht sie denn? Eher Netflix. Wie kann man? Oh mein Gott. Too hard to handle. We love it. Eher? No. No, absolutely no. That was not good. Ja. Ja. Es war aber unterhaltsam. Ja. Also so auf eine andere Art. Ja. Wir haben gestern schon darüber geschnackt, dass, ähm, die Trash-TV-Formate im Ausland einfach viel, viel besser funktionieren, ne? Und da gehört halt auch Too hard to handle dazu. Das ist in... Ist das die amerikanische Version bei Netflix? Es gibt alle... Oh, es ist so ein bisschen international, ne? Es gibt Brazil, es gibt, ähm... Ja, die nehmen alle Englischsprachigen. Ich glaube so ein bisschen Australien, ein bisschen England, ein bisschen UK, ein bisschen... Alles, was Englisch redet. Wobei, Brazil? Ja, Brazil war extra, oder? Das war eine eigene Staffel. Das war dann auch Spanisch, oder was? Ja, egal. Also, keine Ahnung. Es gibt Brazil, hab ich gesehen, oder nicht? Ja. Ja, es gibt auch noch ein anderes Land, aber... Ja. Aber der englischsprachige Raum rockt trotzdem besser. Ja, tut es auch. Und wir haben gestern kurz darüber geredet, und das ist unser letzter Smalltalk-Punkt erstmal, damit wir endlich starten. Es tut mir so leid, falls meine Augen so irgendwie... Ich gucke mal da, mal da... Sie guckt mich auch immer so an. Sie guckt mich auch immer so an. So? Ja, genau. Oben, unten und links, rechts. Meine Pupillen wandern richtig. Aber ich lass mich nicht irritieren. Okay. Nein, wir haben ja schon darüber geredet, dass einfach im Ausland oder in jedem Land eine eigene Dynamik entsteht. Zum Beispiel Campation Island. Da geht es darum, die Vergebenen wollen herausfinden, ob sie beim perfekten Partner sind, oder ob nicht eine Verführerin, der Seelenpartner ist. Richtig krass, ne? Und die Verführerinnen wollen dort ihren Traummann kennenlernen. Genau. In der amerikanischen Version. Es ist eine ganz andere Dynamik. Und in Deutschland geht es ums gezielte Fremdgehen. Genau. So, halt er dem Stand oder nicht. Und in Amerika ist es so... Spannend, ne? Liebst du überhaupt den richtigen Partner? Ja. Liebst du den richtigen? Genau. Willst du mit dem richtigen an deiner Seite dein Leben verbringen? Oder ist da in dem Haus jemand, der besser zu dir passt? Stell dir mal bitte vor, beim Tag des Einzuges, Gloria und Nico, und die Frage wäre denen gestellt worden, ja, ihr seid heute hier, damit Nico herausfindet, ob du die Richtige bist. Sie hätte doch ihr Taschenmesser rausgeholt und hätte dem Reporter die Kehle aufgeschnitten. Und Nico hätte wahrscheinlich seine richtige Liebe gefunden. Eine andere. Eine gesunde. Eine gesunde Liebe. Wobei, wir werden heute eruieren, warum er immer noch da ist. Warum er nicht seine Beine in die Hand nimmt und wegläuft. Ne? Weil sie ist ja heute auch wieder so liebevoll zu ihm. Ja, also das... Ja, Nico und Gloria ist ganz interessant. Let's go. Ich weiß zu 100 Prozent, ich kann mit ihm keine Beziehung mehr führen, weil ich einfach weiß, dass ich mit manchen Zügen von ihm einfach nicht klarkomme. Was denkst du, welche Züge meint sie? Hm... Also... Als ob sie so ein bisschen stylischer geworden ist, oder? Ich finde, die war bei Temptation so... Mäuschen. Ja, so ein Mäuschen. Und jetzt ist sie so, wow. Jetzt ist sie so richtig eine Augenweide. Eine Augenweide, wirklich. Mitchell, du hast was aus dir gemacht. Genau. Ganz toll. Und sie ist ein Herzstück. Ja. Sie hatte mir ja damals das erste Mal in diesem Interview erzählt, dass sie dem die Reifen zerstochen hat. Nein! Das habe ich sogar gesehen. Das war so geil. Ich war so glücklich, dass sie mir das erzählt hat. Sie hat ihm einfach die Reifen zerstochen, ne? Hätte ich auch gemacht. Geiler Move, ey. Hat er verdient. Nur einen Reifen oder direkt? Einen. Einen. Ich glaube einen. Und der Polizist meinte dann so, ey, verstehe ich. Kein Problem. Das war so geil. Ja. Ne, also er ist halt vielleicht so nett. Die haben, glaube ich, freundschaftlich zueinander gefunden. Aber er ist und bleibt. Oder? Mark Robin halt. Mark Robin. Mark Robin. Solange auch keiner für den anderen Gefühle hat, ist ja alles super. Ja. So, man muss ja auch nicht zusammen sein. Ne, muss man nicht, ne? Muss man jetzt auch nicht. Und sie so, ja. So, für Mark Robin ist wahrscheinlich Freundschaft Plus wäre auch eine Option. Ja, auf jeden. Ne? Er hat ja doch vor ein paar Folgen schon so fast so ein Angebot gemacht. Wie fandst du das, dass er seiner Ex dann sagt, dass er dicke Eier hat? Weißt du das noch auf dem Sofa? Er so, ich hab voll Bock. Er so, nee, ich kann's dir nicht sagen. Sie so, was denn? Er so, nee, ich kann's dir wirklich nicht sagen. Und sie so, was denn? Und er so, ja, ich hab schon richtig Bock. Also jetzt nicht zwingend auf dich. Ja, beim Prominentgetein. Ey, da war ich in dem Moment immer im Handy, glaub ich. Immer am Handy bist. Immer dieses Double Screening, ne? Oh mein Gott. Aber das ist manchmal so... Ne, da meinte er so, ja, so dritter Anlauf. Aber kennst du, wenn jemand schon sagt, nein, ich kann's dir nicht sagen, dann sagst du sag einfach. Und er so, ja, ich hab dicke Eier. Ah. Also jetzt nicht zwingend mit dir will ich das machen, aber ich hab dicke Eier. Und sie so... Wie unnötig diese Information, ne? Das ist jetzt ein bisschen unnötig, wirklich, ne? Ach, Mark Robin. Ja. Aber es kam ja raus, dass sie danach nochmal mit ihm geschlafen hatte, ne? Mhm. Aber auch parallel mit Marlisa, ne? Marlies. Sie mit Marlisa? Nee, nee. Mark Robin mit Marlies. Hast du die letzte Folge eigentlich gesehen, wo Michelle und Marlisa darüber reden, dass einer eigentlich optisch gar nicht so heiß ist, aber dass der Charakter ihn heiß macht? Guckst du eigentlich prominente Fans? Mal ganz kurz. Ja. 100 Prozent, aber ich... Bist du wirklich die Kim? Ja. Nee, aber ich glaube, da hab ich halt... Ich guck's halt nicht so wie du. Du guckst ja die Schnipsel so richtig an und bist so richtig... Und dann spürst du nochmal zurück. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Bei dir ist es ja anders durch den Job. Okay. Ich mach's halt ganz... Ich guck's wirklich oft nebenbei. Und dann pfeilst du dir die Nägel nebenbei. Ja. Nee, ich mach wirklich... Ich bin am Handy oder so und dann seh ich das ja aber nochmal bei dir. Und dann weiß ich so, okay, bei Sunny seh ich nochmal das Wichtigste. Ach so. Das heißt, du bist noch auf Standby, wenn du das erste Mal kommst. Ja. Voll oft. Damit ich dann auch die Schnipsel in den Reactions nochmal... Also das ist nicht so... Weil ich guck die Reaction, hab ich ja gestern auch schon gesagt, dass ich das liebe, wenn du so unmittelbar, wenn ich das fertig geguckt habe, bei YouTube reingehe und du bist schon am Start und hast deine Reaction hochgeladen. So richtig on time. Ich liebe das. Du gibst mir richtig so Push für mein Ego, weil... Ich sitze voll eingebeult. Verdammt. Ja, ich auch. So eingebeult. Vera, kannst du zwischendurch mal Rücken gerade rufen? Ja. Ja. Ich glaube ich brauche eine Corsage. Das wäre eigentlich ganz geil. So eine Metallcorsage. So eine richtig geile Snitcht. Ja, was ich sagen wollte ist, dass du mir da ein Kompliment machst, weil du scheinst nicht zu denen zu gehören, die nachts um 12 gucken. Nee. Weil es gibt auch Kollegen... Ich kenne ja, das ist mir zu viel. Ey. Es gibt Kollegen, die sind morgens um 9 Uhr im Start. Am Dienstag. Echt? Mit dem Video. Ach nee, das ist zu früh. Aber bei dir ist es immer super. Egal. Also 8 Tage später ist auch okay, ne? Ich gucke auch ein Jahr später. Ich geb dir auch den Klick, aber... Sie ist so süß. Tschüss Ikowski. Der hatte ja gar keinen Bock auf sie, ne? Der kotzt fast, ne? Hast du gesehen? Der ist so vorne rum so... Und hinten rum so... Also er mag sie gar nicht. Meinst du, er hat das gecheckt, dass sie so doll darüber gesprochen hat vor Ort, dass sie so guten Sex hatte mit ihm? Sie hat ja überall darüber scheinbar gesprochen, ne? Ich will vor allem nicht wissen, wie oft das wahrscheinlich noch erwähnt wurde. Und die Produktion hat schon die ganzen Fetzen so zusammengesucht, weißt? Was glaubst du, warum sie das macht? Also sie hat ja nicht das erste Mal einen Pimmel gesehen, aber das war ja wirklich sehr ereignisreich für sie. Und sie hat das ja wohl überall in jedem Freundeskreis. Auch immer, wenn er dabei war oder nicht, erzählt, hey, er hat mich... Gute Frage. ...angebummst. Da würde mich jetzt deine Meinung interessieren. Der hat mich wirklich... Aber ich sag's dir gleich. Willst du mir deine erst mal sagen? Ich hab keine Meinung dazu. Gar nicht? Kennst du Marlisa? Ja. Wie findest du sie? Ich hasse sie. Wecklinge. Also ich mag sie jetzt auch nicht so doll. Also das... Diese Kombination Marlisa und Fabio... Unnötig. Anstrengend auch. Anstrengend. Also so... Ich hatte... Die haben mir nie so diese krassen... Couple-Vibes gegeben irgendwie. Ich hab die Teilnahme schon bei Temptation Island nicht so gefühlt. Weil das ja damals schon so mit offener Beziehung. Und warum macht ihr das eigentlich? Macht ihr das alles eigentlich generell nur für den Fame? Manchmal... Glaube ich nicht tatsächlich. Nee? Nee, ich glaube nicht, dass sie das damals wegen des Fames gemacht haben. Irgendwie glaube ich das nicht. Sondern um ehrlich das zu testen? Sie schien damals wirklich so, sich in so ne ähm... Sache... Entschuldigung. Sie scheint sich damals für mich wirklich in so ne Sache begeben zu haben. Ähm... So der Überanpassung. Einfach um ihn zu halten. Aber mit einem Setting, was ihr nicht wohl gut tat. Da sind wir wieder ein bisschen bei diesen Verknüpfungsdingern, was du uns erzählt hast. Alles ist Beziehungstyp. Verdammt. Ja. Das ist sehr interessant, ja. Weißt du? Sie wollte den, weil sie den irgendwie geil fand. Weil das ja auch eine Bestätigung für sie war. So ein schöner Mann. Aber zwischen denen im Bett klappte es nicht. Und er schlug dann vor offene Beziehungen. Und sie war so... Mein Exfreund hat damals auch Freundschaft Plus vorgeschlagen. Und ich war so... Wie heißt das? Ja, machen wir. Und dann habe ich so drei Monate lang richtig gelitten. Wir hatten drei Monate Freundschaft Plus. Das war ähnlich. Das heißt, du warst in dem Fall die Malisa? Ja. Und unsicherer Bindungstyp. Und der macht Sachen mit. Obwohl er eigentlich das gar nicht will. Aber einfach nur, um den anderen zu halten. Ja. Macht Sinn, ne? Das macht sehr Sinn bei Malisa und Fabio. Stimmt. Und naja, was ich jetzt zu ihr sage ist, ich glaube, sie ist mittlerweile so berechnend. Sie ist einfach eine Influencerin durch und durch. Ja? Ja, wirklich. Sie weiß, dass das dann drüber gesprochen wird. Mhm. Sie macht das so ein bisschen wie die eine Person, über die wir gestern geredet haben. So ein bisschen. Wo du meintest, die macht das nicht alles, ohne das zu durchdenken. Mhm. Ja. Wer nochmal? Ich komme nicht drauf. Kannst du mal kurz den Anfangsbuchstaben sagen? Y. Ach so. Ja. Ja, ja, ja. Der Groschen ist gefallen. So glaube ich das. Ja. Man muss ja im Gespräch bleiben. Ja, stimmt. Ne? Ja. Ja, aber dann ist es trotzdem interessant, dass es Mark Robin ist, weil der ja so... Geil ist. Nicht. Findest du den nicht geil? Findest du den geil? Okay, Umfrage, ob ihr den geil findet. Weil als ich ihn live gesehen habe, als ich ihn in Karlsruhe besucht habe... Findest du den hot? Da hat er so ein T-Shirt ausgezogen und ich war so... Echt? Aber ich stand zu dem Zeitpunkt auch noch auf Toxic. Also so Männer, die ein bisschen äh sind, fand ich geil. Echt? Ja. Also hätte er mich da angefasst, wäre ich dabei gewesen. Nein. Doch wirklich. Ist das schlecht? Mark Robin? Der finde ich wirklich alles andere als... Ich stehe das auch auf ihn. Ich stehe das auch auf ihn. Ich stehe das auch auf ihn. Google mal bitte kurz. Das ist mir jetzt wirklich persönlich ganz wichtig, dass du das mal kurz googeln. Du so, ich dir abonniere den Channel. Kann man das hier abbrechen. Ciao. Ist das dein Ernst? Also ja. Also ja. Okay. Also hast du auch keinen Typen? Also kommt das bei dir auf die Ausstrahlung an, wen du hot findest? Weil ich hätte dich jetzt irgendwie... Also ich hätte jetzt einen anderen Typen erwartet bei dir und nicht so... Nein. Also ich sag dir ganz ehrlich so, es ist nicht so, dass ich den so vergötter. Ist jetzt nicht mein Schönheitsideal. Warte, ich sag dir mal, wen ich richtig schön finde. Ja. Ähm. Trash auch? Hast du die Elevator Boys? Ja. Den einen davon, der so ein bisschen sabig aussieht. Sehen die nicht alle ähnlich aus? Freitag mit Nachnamen. Also den Namen kenn ich schon mal gar nicht. Elevator Boys sagt mir was. Ja, der heißt irgendwie Freitag mit Nachnamen. Okay. Und das ist so ein typischer Schönling. Das ist jetzt der Mark Robin nicht. Aber ich sag nur, es war verschwitzt an diesem Tag. Und er stand halt neben mir und war halt auf einmal oberkörperfrei. Und dann war ich so irritierend, weißt du? Aber let's go. Okay, Mark Robin. So. Ja, irgendwie... Vielleicht finde ich auch die Kombination aus allem. Der Doppelname Mark Robin, dann dieser Akzent aus dem Süden. Oh, den mag ich so ein bisschen. Dann... Ja... Nicht so. Okay, du bist raus. Ich bin raus, aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch fein. Ich glaube, du kommst jetzt auch besser bei den Zuschauern gerade an als ich. Ja. Um ehrlich zu sein. So, aber... Ja, Mark Robin heiß zu finden, ist halt auch echt ne Ansage. Oder? Das wird auch der Titel, glaube ich, des Videos. Nein. Nein, Spaß. Hab ich hier gerade was... Nee, alles gut. Gut. Du wirst mich vermissen. Nein, ich glaub nicht. Doch, klar. Ja. Er versucht da, glaube ich, sie so ein bisschen warm zu machen für eine zweite Runde. Mhm. Meinst du, sie wäre abgeneigt? Mhm. Ja? Ja. Ja? Ich glaube... Ja. Du nicht? Weiß nicht. Ah, wobei, ich lag ja auch letztes Jahr falsch. Ja, und vor allem halt, wenn sie das schon zugelassen hat, dass die auch Sex haben. Ja, genau. Obwohl er mit Marisa gleichzeitig ist, dann... Ich meine, die kennen sich halt auch schon echt arg lange, glaube ich. Ja, sechs, sieben, acht Jahre oder so. Ja, da kennt man sich halt noch von... Damals. Von back in the days und man hat so eine andere Verbindung und da ist es so... Man kennt sich noch von der Zeit, wo die Geschlechtsteile nicht ganz ausgreift waren. Ja, aber die ich im ersten Charme hatte krank zu sehen. Das verbindet halt. Wenn du dann mit so einem Menschen auch noch in diese Trash-Bubble reinkommst, dann sind beide Menschen in diesem Circle. Und dann sich zu haben, ist schon viel wert, glaube ich. Weil du dann halt noch so diese alte Konstante aus deinem Leben hast, ne? Dam, da kommt nur der Blick mit Schultern. Ja, ja, müssen wir machen. Ich sacke immer einfach irgendwann so richtig so ein, gell? Mhm. So, nächstes Mal musst du als Tool eine Corsage mitbringen. Mach ich, mach ich. Zieh mir einfach an, dann kannst du dich gar nicht bücken. Dann kann ich nur nicht mehr mit dem Smart anfahren, sondern brauchst so einen kleinen Kombi. Weil dann gibt's Corsagen, dann gibt's Licht, dann gibt's Kamera. Ach, guck mal. Der Ikea-Büggel, da passt alles rein. Wir sitzen heute... Ihr sitzt gestern in so einem vornehmen Restaurant, ne? Und ich komme hier mit meiner Ikea-Tüte. Aber das ist genau ich. Wenn ich in den Urlaub fahre, nehme ich meine Aldi-Büggel, diese Lidl-Plastiktüten. Da packe ich alles rein und dann stopfe ich es ins Auto. Tausendmal besser als Koffer packen. Du bist so down to earth. Das ist so schön, genau. Ich hab mich fast verbrannt mit meinen Extensions an der Kerze. Das war alles nur noch plan. An Weihnachten, ne? Weil wir sind gestern am Tisch so vorbeigelaufen und Vera meinte noch so, pass auf, dass du deine Haare nicht verbrennt. Ja, an Weihnachten ist... Ich hab ein Foto gemacht, ja? Ich hab ein Foto gemacht von meinen Kindern vorm Tannenbaum. Gehe nach hinten und auf einmal so... Und meine Schwester schlägt mir nur so drauf. Und die so... Aber dann wusstest du wenigstens, dass es echt Haar ist, ne? Das ist ja der Test, wie man's rausfindet. Aber? Ja. Ah, ja. Gott im Himmel. Ich bin ja richtiger Anfänger. Sorry, ich hoffe ich crashe dein Video nicht so arg. Nein, wir lieben uns. Nenn mir mal bitte ein Adjektiv für ihn. Was dir so als erstes einfällt. Das erste ist böse. Warte, lass mich noch kurz ein bisschen überlegen. Adjektiv ist ein... Wie etwas ist. Ein Wie-Wort. Ja, ich verwechsel das nochmal mit Two-Wort. Two-Wort ist ein Verb, ne? Ja. Homeschooling ist schon zwei Jahre her, ne? Alles schon wieder raus. Ey, ich bin so schlecht mit diesen ganzen Begriffen, ne? Das ist so geil. Wirklich, ich kann Deutsch reden und ich kann auch Englisch reden, aber ich kann's nicht erklären. Nee, ich auch nicht. Schlimm, ne? Ja, weil wir aber hier aufgewachsen sind, ne? Sprichst du eigentlich auch fließend... Serbisch? Ja? Ja, je nachdem was du mit fließend... Also, wenn man das so vergleicht mit einem Fluss, dann ist er so halbtrocken. Also manchmal... Wenn du aber vor Ort bist und ein bisschen labern würdest, würdest du reinkommen, ne? Ja, immer. Ich kann mich auch verständigen, aber ich mach den Mund auf und die sind so... Wo kommst du her? Du bist kein richtiger Serber. Okay, verstehe. Okay. Das war aber nicht das Thema jetzt. Nee, also welches Wie-Wort dir für ihn einfällt. Ach so, Wie? Oder auch Nomen, ist egal. Welches Wort fällt dir ein? Nichts? Mhm. Bei mir ist irgendwie so ein Riesenbaby. Er ist für mich irgendwie so ein Riesenbaby. Er hat auch immer irgendwie so... So guckt er. Mhm. Und dann macht er so doppelt moralische Sachen den ganzen Tag. Ja. Guck mal. Da hast du die Aussprache von dem gesehen. Mhm. Er hat dir ja voll oft angelogen. Mhm. Und jetzt ist er ein bisschen so passiv-aggressiv, weil sie sich nicht sofort wieder auf ihn einlässt. Das ist gerade schwarz. Sind wir bei der Szene in der Küche? Ja. Ja, zwischen uns ist alles okay. Das ging so falsch. Ja. Weil er nämlich angepisst ist, dass sie nach diesem Gespräch nicht sofort gesagt hat, oh ja. Mhm. Ich nehm dich. Mhm. Und dann macht er ihren Vorwurf, dass sie jetzt vorsichtig ist, nachdem er sie so lange angelogen hat. Das ist doch eklig. Das ist richtiges Umkehren, ne? Ja, voll. Ja. Aber wie finden wir Sandra? Super. Die ist so geil. Wir finden Sandra. Sandra ist wirklich toll. Oh, in dieser Folge gibt's sie ihm einmal so richtig so mit Schmackes. Richtig Kontroll, ne? Mit dem Schreien. Achso, dass sie irgendwann einfach stoppt. Ich glaube, sie kann ab einem bestimmten Punkt. Ich glaube, in der Küche am Ende gibt sie schon ihr Maximum. Aber sie hat halt einfach so eine zarte... Aber ist ja auch eigentlich schön, ne? Dass sie jetzt nicht so eine ist, die so richtig so... Also ich kann brüllen, das hast du noch nicht gehört. Aber du kommst bestimmt nicht an Gloria dran, oder? Doch. Echt jetzt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Ja. Deswegen ist, also... Okay, du kannst es auf jeden Fall. Also während der Periode und so, da ist sowieso alles ein bisschen crazy. Wie sie durcheinander bei uns Frauen. Also da kann ich auch schon mal ein Brüllen lassen. Da kann ich mir auch schon mal nach Gloria an. Aber ganz ehrlich, man muss ja auch eine 5... Ne, ihr seid ja 4, 5, 6-köpfige Familie. Das muss man ja auch erstmal alles unter einen Hut bekommen und gemanagt bekommen. Ja. Da muss man ja auch mal mit der Stimmgewalt alles irgendwie koordinieren, ne? Mhm. Ja. Also du hast mich auch schon mal ein Brüllen hören lassen, oder? Ja. Ja. Aber bei Kindern im Haus bleibt es nicht aus. Ja. Ja. Da hast du ja gesagt, da bist du ja ein bisschen geschmolzen, ne? Weil du den ziemlich haut findest, wie er sich... Giuliano? Nein. Hast du gestern gesagt? Oh mein Gott. Er hat mir nicht zugehört. Ich habe mich kaputt gelacht, dass er... Oh, voll schön, wie er das so kämmt. Nein. Hast du nicht gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich fand eher, das hat sich angehört wie so, als ob so ein Hund gekämmt wird. Und dann kam nachher noch dieses... Diese eine Strähne hier. Ne, das war Jakob. Ach stimmt, Jakob und Giuliano. Das sind ja alles sehr sehr hübsche Männer. Die sich auch immer pflegen mit der Bürste. Findest du die hübsch alle? Natürlich. Du bist schon süß. Also ich kann mich gar nicht entscheiden, ob Jakob oder Giuliano oder... Echt jetzt? Eigentlich nicht so. Nein, ich fand diese Chem-Einsätze auch ein bisschen komisch. Ähm, ja. Ja, also warum auch? Der ist doch genauso lang wie dein Bart, oder? Ne, der ist schon ein bisschen länger. Ja? Ja. Und da muss man mit so einem Tangleteaser durchgehen? Ja, damit das alles ersitzt, ne? Ja, gut. Schau, anscheinend ist bei uns doch nicht alles okay. Sie lässt die Nähe nicht zu, siehst du es? Sie lässt die Nähe einfach nicht zu. Sie hat keinen Bock auf ihn. Und er versucht es aber durch dieses neckhafte, weißt du? So, sie hat keinen Bock auf mich. Ja, du siehst es ja, ne? Immer wenn er sich abgelehnt fühlt, geht er auf Attacke. Mhm. So, und auch zum Schluss, das werden wir noch besprechen, wo er sich ja entschuldigt, weil er so ein Lappen ist in dem Spiel und sie das nicht annimmt. Ja. Rastet er ja aus und nennt sie Esel oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja. Dabei hat sie ja einfach nur recht. Er kam zwar im ersten Moment süß an und hat sich ja entschuldigt. Genau. Also, ne, nicht entschuldigt, sondern er hat, doch. Ja, meine Entschuldigung. Und er fand das toll, wie sie es gemacht hat. Und danke oder so, genau. Und weil sie es dann in dem Moment nicht so angenommen hat, wie er das gesagt hat, ist er halt dann erst recht richtig sauer geworden, ne? Er geht halt fremd, sie erwischt ihn. Dann, ähm, so Beispiel, ne? Entschuldigt er sich und meint so, oh, tu mal leid, dass ich dich betrogen hab. Und ist dann sauer, wenn ich es nicht annehme. Entschuldigung. Dann sagt er, du Esel, du hässliche, ja. Ja. Geschieht dir recht. Aber das sind mir eh die Liebsten, ne? Wie kann man denn davon ausgehen, man darf Scheiße bauen und nur weil man sich dann danach lieb entschuldigt, ist dann auch wirklich alles okay? Genau. Das ist halt so Kindverhalten. Aber ich hab doch Entschuldigung gesagt. Ja. Ist doch jetzt wieder gut. Ja, genau. Nein, manchmal nicht. Ne. Ja, korrekt. Ach, Giuliano. Lass jetzt gut sein. Nein heißt nein. Nein heißt nein. Ich glaube, sie wird ihn nie wieder anfassen. Ne? Ich glaube tatsächlich, sie hat sich in dieser Sendung so von ihm distanziert, auch körperlich. Hoffentlich. Hoffentlich. Wirklich. Ich werde diesen Spruch nie vergessen, wo er ankam. Mit seiner Asiapageilweste und sie so. Ich dachte, ich könnte stolzer sein. Hahaha. Der war richtig gut, ne? Der kam glaube ich auch unter dem. Der hat doch jetzt seinen Song auch rausgebracht. Ja, der hatte auf jeden Fall einen Absturz-Downgrade seit Temptation. Mit dieser Weste und so. Aber. 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 Du hörst ihn gerne, den Song zum Joggen. Ne. Ich geh schon mal gar nicht joggen. Aber ich finde den Song von Giuliano besser als von Gigi. Okay. Ja gut, das ist so diese Wahl zwischen Cholera und Pest. Was nehmen wir eher? Was nehmen wir eher zurück? Was nehmen wir eher zurück? Aber. Aber dieses. Der Giuliano hat schon so ein Ballermann-Ding gemacht. Und das. Wenn du besoffen bist und grölt, dann sagst du ja, Asi, aber geil. Was du ja so oft bist. Hahaha. Aber ich kann mich hineinversetzen in die Menschen, die das gerne machen. Ja. Ich war noch nie im Ballermann. Würde ich auch mal gerne machen. Einfach nur, um es gesehen zu haben. Aber der. Ich war einmal da. Und? Aus Versehen. Wirklich letztes Jahr. Im Megapark? Wirklich aus Versehen. Nein, wir sind nicht reingegangen. Warum? Ne, wir waren da wirklich nur für eine Nacht, weil wir dann weitergeflogen sind nach Andalusien. Ah. Und unser Hotel war durch Zufall am Ballermann. Ich habe noch nie so viele Tennissocken in Adiletten gesehen. Ne. Ne. Oder Birkenstock. Stark. Ja. Und es raucht überall nach Kotze. Eigentlich hätte ich es gerne mal erlebt, als es damals noch mit den Strohhalmen in den Sangria-Eimern und so. Gibt es das nicht mal? Warum? Weil Sangria zu doll knallt oder? Wahrscheinlich wegen diesem Massen-Alkohol-Konsum am Strand und so. Weil die haben sich da ja wirklich alle nur noch, die haben sich das ja am Strand bestellt, getrunken und dann einfach nur besoffen an den Sand gelegt. Ja. Ah, er war es doch. Er war es doch. Ja, siehst du? Es war. Guck mal. Ah, siehst du? Es war wohl der Giuliano. Ich glaube, er findet sich selber schon ziemlich geil. Aber der Jakob hatte diese eine Strähne aus der Käppi raus. Die ist auch so richtig ... On fleek. Mhm. Die ist einfach da, die Strähne. Okay, let's go. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die mir auf der Seele brennen. Aber ich will halt auch nicht Themen, die wir halt schon durchgekaut haben, nochmal ansprechen, weil ich weiß, dass das am Ende nicht gut ausgeht. Die beiden wurden ja gewählt für ein Gespräch am Teich. Ja. Und sie möchte einfach gar nicht mehr darüber sprechen. Kannst du das verstehen? Ja. Warum? Weil ich glaube, das war schon echt eine interessante und intensive Beziehung von den beiden. Ja. Ich glaube, das war doch Bachelor in Paradise, ne? Ja. Und ich dachte, das sei Fake, ey. Echt? Ich hätte nie gedacht, dass die zusammen wirklich sich geil finden. Mhm. Aber ich glaube auch, dass der Gustav vielleicht tatsächlich gar nicht so drauf klarkam, dass wirklich die Carina... Auf ihn stand. ...was auf ihn steht. Und das ist so seine eigenen Selbstzweifel oder seine eigene Selbstwahrnehmung, wie er sich empfindet, hat nicht damit zusammengepasst, wie sie ihn vielleicht sieht. Mhm. Warum? Weil... Glaubst du, sie hat gar nicht... War das nicht bei Bachelor in Paradise, dass sie am Anfang sowieso so ein bisschen geswitcht ist überall? Und ich weiß nicht, ob da irgendwann der Punkt kam, wo ich dachte, sie macht das jetzt gerade einfach nur, um noch dabei zu sein. Kann ja sein. Nein. Und vielleicht ist es halt so... Genau sowas hatte ich auch. Aber die haben dann ja wirklich danach eine Beziehung gehabt. Und als ich das irgendwo gehört habe, dass die jetzt wirklich zusammen sind, dachte ich so, ey, wow. Aber da denke ich mir, da sind alle von diesen Kandidaten ein bisschen zu sehr in dieser Bubble, dass die sich denken, naja, gut, ich trenne mich halt einfach nicht einfach jetzt so leise, sondern da kommt ja noch das eine Format oder das nächste Format. Ah, wo man sich trennen kann oder wo man als Getrennter wieder rein kann. Ach so, es ist alles mit Kalkül. Ja, 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 irgendwie. Also das ist einfach nicht so wie bei normalen, sondern sobald du in dieser Trash-Bubble drin bist, könnte ich mir vorstellen, dass du einfach direkt so denkst, welches Format könnte noch kommen, was können wir mitnehmen. Und die haben ja auch noch Beratung. Ich habe das nämlich von Denise zum Beispiel gehört. Welche Denise? Denise Hatik, 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 die mit... Ah, mit Lorik, ne? Ah, den folge ich auch beiden. Leve, grüße, falls ihr das guckt. Die finde ich auch ganz zuckersüß. Die finde ich wirklich toll, die beiden. Sie hat mir erzählt, ich weiß jetzt gar nicht, wie rum es war, aber dass natürlich auch ihr Management mit Sprache recht hat. Und dass die ihr vorgegeben haben, dass sie sich als Single irgendwie besser vermarktet. Und die war aber schon mit ihm zusammen. Und die haben aber von ihr verlangt, dass sie das verheimlicht und so. Und ich glaube auch andersrum kann man da beraten werden. Auch anstelle von ihr. Dass man sagt, ey, nimm doch den Gustav, sei mal ein halbes Jahr mit ihm zusammen. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass viel so geschäftlich gedribbelt wird. Georg regiert die Welt. Weil die Gerüchte sind ja auch schon sehr hartnäckig gewesen, dass Gloria und Nikolai gar nicht getrennt sind. Gar nicht getrennt sind, ne? Nein. Woher hat er denn das Geld? Da braucht er Gloria, ne? Da braucht er Gloria, ja. Okay. Ich habe einfach gar keinen Bock auf Stress wieder, ne? Ich gehe jetzt erstmal mit einem schlechten Gefühl da rein. Ist doch immer die beste Voraussetzung, ne? Vor allem das Beste ist, dass sie sich ja in den ersten Folgen so fertig gemacht haben. Er hat sie angeblich umgebracht oder wie war das? Ne, sie... Er wollte sie, also sie hatte Angst, dass er sie tötet mit dem Kissen. Ja. Was auch irgendwie eine würzige Komponente ist in der Beziehung. Ich schläge mich heute nicht schlafen, weil du könntest mich umbringen. Ja, ihre Mutter dachte das doch, ne? Und dass er auch immer gesagt hat, ne, ihr könnt sie alle küssen, weil ich stehe eh nicht mehr auf sie. Ich würde nie wieder mit ihr schlafen. Genau. Und dann, ja, ja, das ist... Ja, ja. Wenn jemand zu doll etwas vorgibt zu sein, ich werde auch nie wieder einen meiner Partner idealisieren, ne? Hab ich immer gemacht, werde ich nie wieder machen. Wenn irgendjemand euch vorgibt, super independent zu sein, super abgeturnt von euch zu sein. Wenn der zu doll rein scheißt, so wie Serkan zum Beispiel. Ja. Ich mach das ab für einen Euro, dieses Ding meinst du? Ja. Dann, also wenn jemand etwas zu doll vorgibt, dann ist das genau das Gegenteil. Guck mal, wie er auf sie steht. Und letzte Folge noch so, ja, Mark Robin, du kannst sie, komm, küsst euch wenigstens. Ich würde nie wieder was mit ihr machen. Ja, nee. Im Leben nicht und... Learning fürs Leben. Ja. For the life. Ja. Redest du? Und dann auch so, wie unangenehm auf dem Weg dorthin redet er gar nicht mit ihr. Mhm. Und dann will er aber am Tag sie wieder zurück haben, oder was? Und auch dann den körperlichen Kontakt und die Berührungen und das Umarmen. Es ist super strange. Er ist einfach super verwirrt. Ne? Mhm, der Arme. Der weiß, glaub ich, selber nicht so ganz, macht das noch Sinn mit ihr? Oder... Weißt du, auch wirklich, ne? Wenn du so diese Zweierlei machst das jetzt fürs Business, oder will ich wirklich glücklich werden und schieß die mal jetzt weg? Weißt du? Mhm. Du bist immer so ein schmaler Grat, so, was machen wir jetzt? Bestimmt bei Nico und Gloria genauso. Weil diese, also diese Beziehung, die kann doch... Ne, das sind aber auch Bindungstypen. Ähm... Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich, ich, ich hab das gestern, also beim Gespräch von Gustav und Carida, kann ich das ganz festmachen. Ja? Hast du wieder den Slime? Ach, scheiße. Irgendwann finden wir alle unser passende Deckel. Die Hoffnung stimmt zuletzt, ne? Ja, Fabio. Ja. Ich bin mal gespannt, ob der noch nen Deckel im Trash-TV findet. Weil bei Ayo The One war der ja nicht so der Hit. Die Katze, ne? Die Katze hatte ich geliebt, aber... Die vermisst ihn jetzt auch, aber sonst irgendwie nicht so. Er ist gar nicht so der Babbo unter den Strippern. Ne, ne? Wie er immer vorgibt zu sein. Bei Fabio kann ich auch irgendwie gar nicht einschätzen, wie der so echt ist. Also irgendwie, das ist so... Lost. Ja? Ich glaube, Lost. Vor allem, wie er auch immer dann noch so betont, so Gustav-Style. Ja, kein Wunder, dass ich mich von ihr getrennt hab. Ekelhafter Move. Also so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Hab doch den Respekt dann noch im Nachgang und sag nicht immer so was ekelhaftes. Mhm. Generell, wenn man ne Beziehung hinterher noch so durch den Dreck zieht, ist auch immer so ne Sache. Voll. Und wie er dann auch immer demonstriert, ähm... Warte mal, was soll ich grad sagen? Faden verloren kenn ich. Oh, warte. Ja, kennst du, ne? Ich fühl dich. Warte mal. Was sagt er immer? Fabio. Ja. Ja. Verstehst du so? Ja. Ist wirklich so ein bisschen Gustav-Style. Mhm. So bevor sie es sagt... Sagt er es lieber und stellt es einmal klar, obwohl es gar nicht so zur Debatte steht. So wie so, hä? Mark Robben hat mit mir geschlafen. Ich bin schon auf einem ganz anderen Level. Ja, ja. Und wann ergibt sich das alles? Ja, dranbleiben. Einfach dranbleiben. Und Sandra liegt in den Armen von Giuliano und denkt das so... Aber warum machen sie das dann wieder so auf Tachi? Vielleicht, weil es keine anderen Bezugspersonen gibt. Ja, okay. Das kann ich mir dann auch wieder gut vorstellen. Weißt du? Mhm. Gerade in so Formaten, wenn du mit deinem Partner oder Ex-Partner bist, da bist du voll froh, dass du so jemanden hast, dem du so eng vertraust. Weil, also so alleine in ein Format gehen, finde ich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, Wie bei Kampf der Realitistis. Realitistis. Hast du die, hast du schon geguckt, die erste Folge? Ja. Mit Serkan. Mit der Oma? Also diese ältere? Ja, die Berlinerin, ne? Voll süß, ne? Sie ist so geil, ne? Sie hat doch Kampf der Realitistis nicht aussprechen können. Ja, sie hat ganz viel nicht aussprechen können. Kampf der Realitistis, das muss ja eigentlich... Der Name nicht. Warte mal. Serkan? Der hat sie genannt, der kann. Aber das ist doch genug, oder? Das ist genug für meine Augen. Ich hab sie gerade rausgerissen hier. Wir kommen bei Zeit zu zweit. Hier habt ihr die Chance auf eine ehrliche Aussprache unter vier Augen. Unter vier Augen. Unter vier Augen zum einen? Mit Kamerateam und Mikrofon und Regisseur und hast du nicht gesehen. Erstmal so das und dann so für Beziehungsunfähige einmal die Anleitung. Das Framing, damit die auch endlich mal sich aussprechen können. Ja. Weil sonst... Es soll Leute geben, die können halt einfach nicht sprechen, ne? Das ist wie Krücken oder ein Rollstuhl für jemanden mit gebrochenem Bein. Weißt du? Ja. Wie hast du dich vor unserem Aufeinandertreffen gefühlt? Ich wusste halt nicht, wie du reagierst. Weil wir natürlich wirklich keinen Kontakt hatten. Ich aber mir gesagt habe mit Respekt. Trotzdem, auch wenn du mir nicht Hallo gesagt hättest, hätte ich dir Hallo gesagt. Hättest du? Ja. Voll schlimm, oder? Die wissen gar nicht, ob der andere dem anderen Hallo gesagt hätte. Also das ist doch selbstverständlich eigentlich, oder? Egal was passiert ist, dass man sich... Gerade wenn man in ein Format geht, da muss man doch nicht drüber nachdenken, ob man sich Hallo sagt. Also da macht man ja eine gemeinsame Sache. Aber da kannst du auch mal sehen, wie verstört die eigentlich sind und wie doll die auch Angst haben vor Ablehnung und mit was für einem Trotzverhalten die schon rechnen. Vielleicht wurde das ja auch alles nur von den Managements ausgemacht. Who knows, ne? Ja, wahrscheinlich. Die haben vor... Ja, aber ganz schlimm. Also wir waren ein halbes Jahr zusammen und ich wusste nicht, ob du mir Hallo sagen möchtest. Schwierig. Ganz schwierig. Ganz schlimm. Warum brauchst du so viel Aufmerksamkeit von anderen Männern? Mhm. Das ist so... Traurig gar nicht. Das ist ja gleich, warte mal. Brauch ich nicht. Wenn mir mein Mann genug Aufmerksamkeit gibt, brauche ich keine Aufmerksamkeit von anderen Männern. Man könnte ja auch einfach mit dem Mann drüber sprechen, oder nicht? Ja. Communication ist key und das haben die auf jeden Fall nicht gemacht. Also wenn dein Mann dir an einem Abend keine Aufmerksamkeit gibt... Dann gehe ich auf jeden Fall auf die Straße und suche mir einen anderen Mann. Ganz schlimm. Ganz klarer Fall. Und dann gehe ich mir erstmal Aufmerksamkeit von einem anderen holen. Verrückt, oder? Das ist Trotzverhalten. Mhm. Das steht auch in diesem Buch, ne? Trotzverhalten machen die aber auch... Das ist... Ach, in dem Buch mit den Typen? Ja. Sie kriegt in dem Moment halt nicht das von ihm, was sie bräuchte. Mhm. Und weil sie dann verletzt ist wie ein kleines Kind halt, ne? So, wenn die so um sich schlagen, protestiert sie. Ja. Protestverhalten heißt das. Ah. Und dann steigt sie dem anderen auf den Schoß. Um ihm zu zeigen, ah, guck mal. Dann haben die genau bei Temptation Island Protestverhalten. Ja. Ne? Weil also das ist doch nicht... Also auch das wäre bei mir nicht der Fall, dass wenn Markus irgendwas machen würde, dass meine erste Reaktion wäre, ich zahl's dem jetzt heim und mach's doppelt. Hä? Dann bist du doch kein bisschen besser. Das deutet halt auf einen sicheren Bindungstypen hin, weil ihr würdet halt drüber reden und dadurch dann Nähe schaffen. Mhm. Aber du würdest nicht so eine Kindergartennummer machen wie sie. Mhm. Und dann den anderen besteigen, weil er gibt der ja nicht genug Aufmerksamkeit. Und sie denkt aber, das ist in Ordnung. Weißt du? Schwierig. Voll, voll. Bist du sicher? Ja. Du bist dir ganz, ganz sicher. Ja. Der muss sich richtig zurückhalten, ne? Mhm. Bist du sicher, dass du keine andere Aufmerksamkeit brauchst? Weil sie hat ja wohl irgendwie mit ihrem Puschi, äh, Popo an anderen Dödeln rumgetanzt und so. Das ist aber auch nicht cool, Carina, ne? Nee, ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das machen wir einfach nicht. Wenn du das nicht möchtest, dass dein Partner das macht, dann macht man das selber auch nicht. Das ist so ein bester Grundsatz, ne? Mach nix, was dir selber wehtun würde. Und deswegen verstehe ich dieses Protestverhalten auch bei Temptation Island nicht, weil das würde doch, wenn du das erst recht nicht machst, dann checkt doch der Partner vielleicht so, boah, okay, sie macht's ja auch nicht. So, fängt man dann nicht eher an zu reflektieren, als wenn man dann sieht, oh, meine Partnerin macht genau das gleiche, alles klar, ey, dann ist doch alles geritzt. Aber es ist voll typisch für den unsicheren Typen. Ich mach auch ganz viel Protestverhalten. Also, jetzt weiß ich's, warum ich's gemacht habe und jetzt will ich's ändern, aber, ja. Ganz spannend, wie die wahrscheinlich dann überhaupt die Paare für Temptation Island und so raussuchen. Bestimmt. Da wird bestimmt so richtige Psychologengespräche geben. Und da wird extra immer der Vermeider mit dem unsicheren genommen, damit das eskaliert. Ja. Weil sonst würde Trash gar nicht funktionieren. Krass, ne? Die sicheren Bindungstypen dürfen gar nicht mitmachen. Die sind alle raus. Aber Aurelio und die Denks, sind das nicht sicherer gewesen? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Ein sicherer ist doch eigentlich immer dabei. I don't know. Nicht immer. Idealerweise. Aber die mit ihrer offenen Beziehung ist ja auch ne Distanzstrategie. Würde ich mittlerweile sagen. Weil, warum müssen wir Sexualpartner wechseln? I don't know. Kennen wir das für dich in Frage? Nee. Offen? Im Leben nicht. Weil ihr doch ganz nah sein wollt. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, wenn man auch andere Partner mit reinnimmt, ohne da jetzt jemanden. Mhm. Aber mit meinem neuen Wissen. Wir bauen da ne Distanz rein. Weil mich vögelt ja auch ne Anderer. Mhm. Wenn du manchmal auf Netflix Gilmore Girls guckst. Oh Gott. Weißt du? Ja. Das ist so. Distanz. Distanz, ja. Wenn andere mir Komplimente machen. Oh, das war ja sogar ein Streitthema. Dass andere Männer mir geschrieben haben, wo ich nicht mal drauf reagiert habe. Da denke ich mir, ich habe diese Aufmerksamkeit doch nicht gebraucht. Sondern irgendjemand gibt mir die Aufmerksamkeit, aber ich bin doch nie drauf eingegangen. Also er hält sich richtig zurück, ne? Ja. Er sagt auch in dem Moment gar nicht, was er glaub ich wirklich denkt. Ja. Und was wolltest du sagen? Dass ich das Gefühl habe, dass er ... Kacken muss? Dass er so ... Also ich glaube, Karin hat das ja selber gesagt. Dass sie vermutet, dass es bei ihm alles im Kopf so ein bisschen stattfindet. Und so schätze ich den irgendwie auch ein. Wie meine erste Vermutung ja sowieso schon, dass diese ganze Zusammenführung schon so ein bisschen ... Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich so die Liebe war. Oder ob das alles so ein bisschen Mittel zum Zweck in der Show war. Und er ist dann der eifersüchtige Typ. Und kommt da gar nicht drauf klar, dass sie halt auch echt eine Hübsche ist. Ja. Und hier und da mal ... Weißt du, und dann ... Also ich bin nicht eifersüchtig, deswegen kann ich mich da nicht so gut reinversetzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei eifersüchtigen Menschen wirklich hier viel mehr passiert, als eigentlich los ist. Weißt du, dass du ... Ja, klar. Aber was brauchen dann diese Menschen? Sagen wir mal, du wärst eifersüchtig. Ja. Oder ist dein Mann ein bisschen eifersüchtig? Nein, wir sind beide nicht eifersüchtig. Okay, aber wenn einer von euch jetzt mal ... Sagen wir, er sieht uns jetzt beide. Ja. Dann wird er bestimmt eifersüchtig. Ich glaube auch. Und wenn er dann zu dir morgen sagen würde, oh, ich war irgendwie eifersüchtig. Wie würdest du damit umgehen? Was würdest du ihm sagen? Oder was wäre deine Mission? Dass es ihm gut geht, dass ich nicht ... Das ist die Antwort. Ja, dass ich nichts mache, was ihn verletzt. Genau. Und das muss er mir ja erst mal sagen. Genau. Darüber spricht man und dann mach ich das auch nicht mehr. Und deswegen braucht ein unsicherer Bindungstyp einen sicheren. Weil der sichere kann das ausgleichen. Carina hat die Eifersucht von Gustav wahrgenommen. Aber ihre Mission war es nicht, ihm ein gutes Gefühl zu geben. Weil sie hat ja sowas Ekelhaftes gesagt wie, ja, wenn du mir die Aufmerksamkeit nicht gibst, dann hole ich sie mir woanders. Richtig. Verstehst du? Ja. Eigentlich müsste sie ihn auffangen und sagen, ey nein. Da sieht man schon, dass die einfach gar nicht passen. Weil die beide unsicher sind. Ja. Oh mein Gott, das macht alles so Sinn. Aber erst ein bisschen unsicherer als sie. Ich hab grad innerlich gerübst. Kannst du es? Ich riech's. Haha, sorry. Dann hab ich's wohl falsch aufgefasst. Richtig beherrscht. Falsch aufgefasst. Er sagt einfach nicht, was er denkt und dann macht das Gespräch auch keinen Sinn. Mhm. Es gab nie irgendjemand anderen und ich habe dir keinen Grund gegeben. Diese Gründe, die du hast, sind nur in deinem Kopf. Ja, korrekt. Schon. Aber trotzdem, sie hat sich ein bisschen verraten mit dieser Aussage. Von vorhin. Finde ich. Ja. Also sie ist da nicht unbeteiligt dran. Ja, stimmt. Was hast du mir nie gesagt, obwohl du es mir sagen wolltest? Mhm. Und was sagt sie? Guck mal. Soll ich dir sagen, was du nie gesagt hast? Was? Dass du mir vertraust. Äh, weil er's vielleicht auch nicht sagen wollte. Weil er's vielleicht auch nicht getan hat. Siehst du, darf ich das dir vorwegnehmen? Darf ich für dich denken? Ja. Ich mein, Vertrauen, ne? Ist eigentlich so das Krasseste, was du nicht sehen kannst, nicht anfassen kannst, nicht fühlen kannst. Aber es ist der Hauptbestandteil einer Beziehung, einer Ehe, einer Freundschaft, alles. Ja, voll. Wenn du jemandem nicht vertraust, ist doch alles für die Katze. Ja, ist auch so. Aber sie ist so, darf ich dir sagen, was du mir immer sagen wolltest? Und er so, süß, das wollte ich dir nie sagen, weil ich's nie gefühlt hab. Ja. Wenn du dein Popo rumreibst an anderen. Vertraue ich dir nicht. Ja, genau. Fakt. Du hast alles angezweifelt, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe. Also Vorwurf einfach. Sie wirft ihm eigentlich nur vor, dass er eifersüchtig war, aber sie hat nix gemacht, oder nicht viel gemacht, nicht genug gemacht, um es aufzufangen, weil sie's nicht kann. Ist nicht schlimm. Ja. Ich schalte jetzt meinen Kopf aus und denke jetzt einfach mal nicht an draußen und an andere. Ich bin hier reingegangen und hab ihm gesagt, es kann nichts passieren. Und dann hab ich halt gemerkt, dass irgendetwas hochkommt. Ich krieg einen Hartner, oder was? Was will er damit sagen? Du. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung das gerade geht. Wollen die sich selber belügen? Ja. Und vor allem, wann hat er das gemerkt? Weil in der letzten Folge meinte er doch nochmal, Robin küsst sie. Okay. Ja. Und hat seine eigene Ex angeboten. Wann hat er das denn jetzt genau gemerkt? Und dann hat er uns doch auch mal in den Interviews erzählt, er würde niemals mit ihr schlafen. Könnte sie nie wieder anfassen. Ja, hat er erzählt. Wann genau hast du das gemerkt, Gustav? Das würde mich jetzt auch interessieren. Bei manchen hast du das Gefühl, die denken dann nicht so weit voraus und denken sich in dem Moment einfach, dann probieren wir's halt nochmal. Oder? Ja, eigentlich schon. Ja, weil die gehen das glaube ich nicht analytisch genug an. So eine Trennung ist ja auch hart. Und wenn man nicht weiß, warum es nicht geklappt hat und es auch niemals klappen wird. Hashtag Bindungstypen. Ja. Dann wird man immer wieder in diese Situation kommen, wo man denkt, aber eigentlich war's doch toll. Ja. Weißt du? Weißt du, es ist sechs Monate her und ich hab gerade so das Plaster abgezogen. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt schau ich dich immer an und denke mir so, ich kotze gleich. Also, ja. Ne, da denkt sich wahrscheinlich schon so, sie ist schon echt hübsch und eigentlich will ich sie, aber charakterlich passt es gar nicht. Das weiß ich gar nicht, ob er das gerade sieht. Meinst du nicht? Eigentlich will ich sie und ich hatte bislang auch noch kein Match auf Tinder und irgendwie gibt's diese ganzen Frauen im wahren Leben gar nicht, von denen ich immer erzähle. Und so eine Frau war schon mal wieder schön. Ja, weil er kann doch, kann er nicht angeblich alle haben, hat er das nicht? Ja, ja. Er ist jetzt auch bei der Schweizer Bachelorette, ne? Gustav? Mhm. Versteht er die überhaupt da? Ich hab mal da reingeschaut bei als, ähm, äh, eisblaue Minze mit Honig. Marcel? Mhm. War doch da letztes Jahr, oder? Wolfsauge, Wolfsmarcel, ja. Ja, der mit den Kontaktlinsen, ne? Der Spinner. Der Spinner. Boah, das ist so ein Tick bei mir. Siehst du, wie ich Kaffee trinke? Machst du das immer so? Immer so. Ja, voll krank. Warum eigentlich? So macht man das ja. Ich trinke immer so Kaffee. Hab ich eigentlich Schweißflecken? Mhm. Das wär hart. Das wär hart, ne? Über ein, äh, XXL-Poli. Du, ich schaffe alles. Ich kann schwitzen manchmal. Ja, da denkst du, da fasst du mich dann an am Rücken und hast einfach so ein See an der Hand. Geil. Was? Das ist schon ein bisschen frickelnd. Es fällt mir schwer, im Sommer dann so rückenfreie Sachen zu tragen. Weil wenn du dann umarmt wirst, hast du dann so einen Schweißrücken. Das ist schon echt schlimm. Aber du machst auch ganz viel Detox dabei, ne? Was meinst du? Weißt du, ne? Also diese ganzen Gifte. Ach so, ja. Der ganze Alkohol und der ganze Kaffee, den du so trinkst, den schwitzt du aus. Ja, ich bin so ungesund. Aber was war's? Boah, der kam richtig, der kam doll, der grunze, hast du gemerkt? Also da werden wahrscheinlich alle so erschrecken, weil das so laut ist, ja? Was war mit Honigmelone? Eisblaue Minze mit Honig Marcel. Ja, und dann hast du kein Schweizerdeutsch verstanden? Ja, ich hab extra deswegen VPN gemacht, damit ich über VPN Schweizer Bachelorite gucken kann und dachte dann, ich verstehe nichts, ich brauche Subtitle. So, ohne Untertitel läuft hier nichts, ich verstehe die Schweizer nicht. Es geht nicht, ich hab's da aufgegeben dann. Ja, der Gustav will aber, ja, da geht's ja nicht so viel um Reden. Bachelor Schweiz ist auch, glaube ich, richtig assi. Ach so. Also die sind richtig trash. Ja, also so unterstes Niveau irgendwie. Ja. Weil in Deutschland ist ja Bachelor eher so hier oben. Ja. Mit Love Island und so ein bisschen diese Sendungen. Und dann geht's ja immer ein bisschen weiter runter. Bachelor ist bei uns da, in der Schweiz. Aber das ist ja das Ding, jedes Land hat die eigene Ausführung. Ich hab bei der Mirella, mir relativ egal. Ja. Wir lieben dich. Da hab ich den Bachelor einmal geguckt und da hab ich dann mal zugeguckt, wie die sich da in der ersten Folge vorgestellt haben. Da kriegst du, also fällst du vom Stuhl. Warum? Ja, weil das ist so trash. Ja? Das ist gold. Ja. Ja, 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 ja. Ja, hast du recht. Ich hab mich mit einer Frau gedatet. Sie hat nicht diese Augen, sie hat nicht diese Zebe. Du solltest aber auch keine Nachfolgerin, keine Kopie suchen. Mhm. Ich glaube, er hatte wirklich noch nie so eine hübsche Freundin. Nee, ich hab auch nicht. Und das ist für ihn so ein richtiger... So eine Trophäe. Ja. Und der ist so richtig... Das ist so ein innerlicher Zwiespalt, weil er weiß, das funktioniert nicht, aber er will sie, weil sie so schön ist. Er will sie einfach. Er wird am liebsten ihre Seele austauschen. Sie denkt gar nicht das, was ich so... Ich sage was, sie findet von was ganz anderem. Was ist das? Das ist nicht die gleiche Wellenlänge, würde ich sagen. Ja, korrekt. Das matcht einfach nicht. Du weißt, was ich meine? Ich brauch dich nur angucken und du weißt, was ich meine. Weiß ich gar nicht, ob die sich so blind verstehen. Würde ich jetzt auch nicht brauchen. Dann hätten die doch nicht so viele Probleme gehabt. Nee. Aber dann würden die ja reden. Ja. Dürfen wir bis um 10 drehen? Schafft ihr das dann noch? Ja. Dann hauen wir jetzt ein bisschen schneller durch, ja? Sind bei dir Gefühle wieder rausgekommen? Er ist so ganz nebenbei... Wie hast du es gestern genannt? Was denn? Kannst du nochmal zurückspulen? Er hat ja die ganze Zeit geheult, bla 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 und dann so... Okay, warte. Sind bei dir Gefühle eigentlich da? Was habe ich denn da nochmal gesagt? Das ist irgendwie so kurz so... Update so... Irgendwie so was so... Kurzer Check-up. Ich komm nicht mehr auf den Wortlaut. Aber ja, das war... Was war das? Und? Sind bei dir da jetzt noch Gefühle da? Ja, sind wir so ganz zwischendurch. Ich hör jetzt mal aufzuheulen. Können wir kurz klären drüber? Also... Hat das jetzt geklappt? Ist bei dir noch was da? Hab ich irgendwas ausgelusten? Habe ich den Nerv getroffen bei dir? Oh, das ist so geil. Man spürt auf jeden Fall bei allen, dass es jetzt richtig ernst wird. Jeder will gewinnen. Jeder will sich safen. Spannung! 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 Also... Was hast du da so? Ey, die sind schon ein bisschen witzig, ne? Ja, sie auch. Ich glaube, die verstehen sich auch so... Also ich glaube, die wären sogar coolere Freunde als das mit der offenen Beziehung. Die hätten niemals eine Beziehung haben sollen. Die hätten einfach nur Bros sein sollen, ne? Ja. Aber ich find's halt geil, wie die dann, wenn sie die Distanz dann haben, weil sie nicht mal zusammen sind, wie die Frauen sich dann, oder der schwächere Part, wie der sich dann auf einmal so durchsetzt. Ja. Weißt du, weil früher hätte sie neben ihm gesessen wie ein betroppelter, hier begossener Pudel. Ja, stimmt. Und hätte das über sich ergehen lassen. Aber jetzt ist sie so, ey! Ja, stimmt. Sie ist jetzt auch richtig so ausgebrochen aus sich, ne? Ich liebe das. Ich liebe das. Wenn du mal Lisa anguckst, wie sie bei Temptation war. Ja, voll, ja. Da war sie so richtig... Genau. Hat sich unterbuttern lassen. Was heißt unterbuttern? Aber so dieses... Sie war die Betrogene irgendwo, ne? Sie hat sich angepasst. Ja, genau. Und unterworfen. Und jetzt nicht mehr. Sandra macht das nicht mehr. Und Nico kommt langsam auch. Dann hat die Ma... Ich will doch mal Malis sagen. Mann ey, dieser Silver hat mir das so in meinem... Der Silver. Der Silver Gonzales, ne? Malisa. Ist auch durch bestimmte Formate richtig Selbstbewusster geworden, ne? Ich glaube auch, ja. Weil die ist schon, also... Ja, ja. Ist so aus sich rausgekommen. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Ey Männerfüße wirklich. Oh, ich hab noch nicht gefrühstückt. Ich hab voll Hunger. Das fandst du geil, ne? Wie kann man denn da sitzen und die Fußnägel so aufbewahren? Erstmal das. Und zwar, warum schnippelt sie ihm die Fußnägel? Warum sie ihm ja echt nicht? Ja. Also kann er das nicht selber? Warum? Und dann noch so... Ich versteh's gar nicht. So, guck mal Leute, das sind meine Käsefußnägel. Mach dir doch wenigstens so ein Toilettenpapiertuch dazwischen. Irgendwas, ja. Ganz schlimm. Oh ne. Ich hab nicht vor nem anderen Ex-Paar Angst. Weil keiner krasser wie ich und da wir hier drin sind. Also... Stimmt, sie sitzt ja neben mir. Aber eigentlich wollte er... Aber eigentlich bin ich nur krass, ne? Aber ich, wir... Aber eigentlich ist ja alles andere als das, ne? Ja. Bitte, bitte. Du hast ja keine Ahnung gehabt. Ich muss dir ja sagen, was du machen musst. Sie hat aber schon ein bisschen... Ne? Aber... Es darf ihnen halt keiner niedermachen außer ihr. Ja. Sie hat da so ein Exklusivitätsrecht. Hast du gemerkt, ne? Hab ich sehr gemerkt, ja. Also ich find das auch... Also sie gibt mir so... Boss. Boah, ja. So diese Vibes, so als ob sie die Muddi von ihm wär. Mhm. Da kommen gleich noch ein paar Szenen. Wo wir dann schon wieder sehr geschockt sind. Weil sie ja immer in den Storys jetzt mittlerweile sich so auf Jakob einschießt, aber so sagt... Aber über die Toxic zwischen Nico und mir reden wir nicht mehr. Ne, das ist ähm... Das haben wir jetzt schon ad acta gelegt, ne? Das ist ähm... It's okay. Nach dem R brauchst du ein A. Okay. So, ich schieb es dir her. Hier. Hab ich A. Fahrtherapie, haben wir es? Ja! Das war jetzt so ein Example, weil ich will ja auch nicht... Also ich schieß ja nicht gegen sie, weil ich sie nicht mag. Hab ich dir auch erzählt, ne? Der Gloria. Ich bin der Gloria ewig dankbar. Sie hat einmal ein Temptation Island Treffen organisiert, wo ich den kompletten Cast einmal durchgenommen habe. Das ist schon stark. Voll süß und ich würd's auch immer wieder machen. Crops an dich Gloria, richtig gut. Ich hab dich auch echt so gern, aber... Ne, nicht aber. Jedoch, allerdings, wenn ich so ein Verhalten sehe, was ich nicht cool finde, sag ich das. Ja. Es geht ja nur ums Verhalten. Wir können ja auch nur darüber sprechen, was uns hier gezeigt wird, ne? Genau. Und diesen Schnipsel hab ich reingenommen, weil man hier dran sieht, dass sie schon der Leader war, der dann hier auch zum Erfolg geführt hat. Ja. Aber die Frage ist halt, was machst du danach draus? Musst du das dem anderen unter die Nase binden? So, ich zahl ja die Miete. Wir haben es ja nur gemacht, weil ich es konnte. Schrecklich, ne? Nein. Also generell, wenn du was gibst, dann schmierst du das niemandem aufs Butterbrot, weil entweder gibst du, weil du es geben möchtest oder du lässt es bleiben. Ja. Aber... Entweder du gibst gött, weil du möchtest oder nicht. Weißt du was gött bedeutet? Nein. Popo. Nee. Auf türkisch. Nee. Gibst du gött? Nein, aber entweder du gibst, weil du geben möchtest und dann kommst du nicht um die Ecke. Heißt Popo auf türkisch? Popolach, ja. Irgendjemand sagt immer gött morgen. Bei Instagram. Ich hab das nie verstanden. Gött morgen? Ja. Arsch morgen? Nee, ich glaube, der meint es nicht so. Aber gött ist unter meinen türkischen Freunden. So, gibst du gött heißt, du gibst von hinten. Weißt du? Oh, gibst du gött? Dann lerne ich hier richtig was. Ja, ulala. MashaAllah, gibst du gött, ja. Ich hoffe wirklich. Aber du weißt es halt nie, die anderen... Er festschert einfach so selber an. Den Moment hätte ich bei der Produktion so gerne. Einfach so, wenn alle das so sehen und dann... Einer kommt dann vor dir. Ey, lass mal ein Quietschgeräusch drauf machen. Das ist so geil, ne? Oh, das wäre so lustig. Mach auch keine Blickzeichen oder so. Einfach jetzt mal korrekt durch. Kann ich selber entscheiden, wenn ich gucke? Sag mir nicht, wie ich gleich gucken soll. Dabei war es ja von ihm gar nicht so gemeint. So von wegen, mach das jetzt so. Sondern einfach eine Idee, wie man das als Team ein bisschen versteckt. Genau, ein bisschen auch. Und sie fasst das aber direkt so angriffsvoll auf. Also es ist einfach so dieses... Dieses ganze Miteinander reden. Es ist glaube ich immer... Gustav sagt was, Carina fasst es so auf. Carina sagt was und Gustav fasst es so auf. Die reden so aneinander vorbei. Original. Genau. So. So. Oh, sorry, jetzt habe ich dir den Wimmelfinger gezeigt. Das tut mir voll leid. Ich kann die Finger nicht so konstruieren. Das ist nicht schlimm. Fabio ist halt eher der Fitnessstudio-Typ so, nicht der Läufer. Ich glaube, da habe ich wirklich ein ziemlich gutes Tempo vorgelegt. Oh mein Gott, er ist so mit seinem Fußball, ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er manchmal selber denkt, dass er der... Profifußballer sei. Ja. Und deswegen im Format ist, dabei ist er eigentlich, wir haben das nicht vergessen, er war mit Kate bei Temptation und hat sogar beim letzten Lagerfeuer gesagt, so von wegen, ich bin voll stolz auf dich und so nach deine Welt und deine Bubble und jetzt ist es so. Jetzt denkt er auf einmal, er sei hier voller Star. Meinst du, der denkt... Ja. Wie hieß der Fußballer, der im Sommerhaus der Stars war? Äh... Basler? Ja, er denkt glaube ich, er ist hier, weil er eine Fußballlegende ist, ne? Ja, ich glaube auch. Oh! Er verwechselt das Ganze bisschen. Kate und Jakob, ihr müsst die Villa verlassen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht eingeschätzt, dass wir den letzten Platz machen, weil ich halt jahrelang Profisport betrieben habe. Oh, der Arme. Vor allem hat er vorher noch gesagt, ne? Das ist so, ey, wenn das einer hier besser gemacht hat, das wäre Hexerei. Genau. Also, das hat er noch gesagt. Oh. Und jetzt so. Das ist so dieses Konstrukt, was er sich gebaut hat, um sich selber nicht so lappig zu sehen. Mhm. Weißt du? Mhm. Das habe ich irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Aber, ja. Hat sie nicht verstanden, ne? Sie hat ja auch schon vorletzte Folge nicht verstanden, warum Nico sie nominiert hat als das schwächste Paar. Sie ist so, hä, verstehe ich nicht. Also wir losen zwar immer ab, aber hä? Erkennen wir mal den Content. Aber ich bin Kate süß. Ich auch. Ich finde sie richtig. Ich finde auch den Jakob sehr funny. Du stehst auf den, ne? Nein, nein. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde, es ist einfach so, ich glaube, das ist ein lustiger Zeitgenosse. Aber wie findest du das, dass er so meinte in der letzten Folge hier bei der Entscheidung, ja, wegen Sextourismus in Serbien hat sie ihn den Nikola aufgegabelt und bla? Das war schon ein bisschen... Over the top, bla? Ja, das war schon ein bisschen läppsch. Also das ist, das sagt man so nicht, aber so allgemein ist das schon... Boyfriend Material. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich finde das einfach cool. Also ich glaube, der ist eine coole Sau. Ich glaube, du wirst dich jetzt richtig unbeliebt machen. Ja, mögen deine Schnuffelhasen Jakob nicht? Ne, ich glaube, er wird gerade sehr, sehr kritisch gesehen wegen der Art und Weise. Er meinte ja auch, ihr einziges, das einzige, was sie erreicht hätte, wäre das Pferd zu reiten, was dann unter ihr zusammengebrochen sei, weil sie so fett ist. Hat er das da gesagt? Sie hat das in der Story dann erzählt. Das wurde nicht mit reingeschnitten. Also er macht halt so Sachen, die man heutzutage... Natürlich eh nochmal das Ding, dass wir nur 30% oder was von dem sehen. Also er macht krass Body Shaming, dann hat er ihr gesagt, mit dem Ding sieht sie aus wie das, was sie eigentlich ist, ein Ochse, dass sie ein Mann ist. Er meinte auch so, ich habe keine Frau angegriffen. Und dann meinte Nico so, doch, Gloria. Und er so, ja, sie ist ja keine Frau. Stimmt, das habe ich gesehen, das war schon... Deswegen... Okay, ja. Das sind No-Gos. Ja, das sind halt so diese... So sind wahrscheinlich Fußballer. Ach so. Oder? Ja. Ja, aber es ist so wie, wir haben ja auch darüber geredet mit Kindern, was man früher gemacht hat und was man heute eher nicht macht. Und ich glaube, gewisse Sachen gehen einfach mittlerweile nicht mehr. Ja, und manche haben das aber noch nicht so verstanden. Ne, genau. Vielleicht hat er zu offen Köpfer gemacht. Köpfer? Ja. Köpfer? Kopfball? Kopfball und deswegen... Köpfer ist, glaube ich, Schwimmen. Ah, okay. Ist doch das Gleiche, oder? Kann man kurz verwechseln. Wir sind länger als Kate und Jakob bei Prominent Gittheim. Naja, sie will einfach nur besser sein als die. Die haben so einen Hass aufeinander. Warum aber? Ja, weiß ich nicht. Wann ist das passiert? Gerücht ist ja, Gloria will unbedingt zu sein wie Kate. Die neue Kate. Sie folgte ihr wohl auch vorher schon und ist so ein kleines Fangirl. Echt? Und jetzt sitzt sie im Moment, um in ihre Fußstapfen zu treten. Das habe ich auch bei dir vor. Ich will die neue Kim werden. Ich will der neue Sami werden. Ich mach dir mal. Ja. So die am, sag ich mal, so bekanntesten sind. Die fliegen eh immer vorm Finale raus. Finale ist immer für Underdogs. Weil er so bekannt ist, ne? Ey, versuchts einfach nochmal zu rechtfertigen, warum die... Weil er hat halt vorher im Interview wirklich so ge... Ge... Hoch... Wie sagt man das? Ge... Ich weiß nicht, was sie meint. Ge... Hochgetönt? Ja. Geprallt? Ja. So dass er das... Er wird das safe gewinnen auf jeden Fall. Und jetzt ist er auch noch derjenige, der rausfliegt. Der hat... Probleme. Dann muss das halt jetzt irgendwie so ein bisschen, ähm... Ja, vor allem der bekannteste... Äh? Äh? Haben wir irgendwas verpasst? Vor allem... Das müssen wir mal analysieren. Wie viele Follower hat Jakob? Können wir das sehen? Ich hab mein Apparat nicht. Okay, egal. Barry, Barry, kannst du mal kurz gucken, wie Jakob... Jakob. Jakob. Wie heißt denn der mit Nachnamen? Merlan auch? Ne, wenn du Jakob eingibst, hast du ihn schon. J-A-K-U-B. Merlan. Er hat auch hier einen Nachnamen. Mhm. Genommen. Die hat 97.007... Oh mein Gott. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, damit der Follower bekommt. Ja, ist ja gar nicht mal so schlecht. Mhm. Okay. Also, der hat mit viel weniger angefangen bei Temptation, ne? Ja, ja. Na gut, er ist schon... Und die Kate? Wie viel hat die? Die hat 180 oder so. Wie heißt sie... Karte... Karte... Karte Merlan. Ah, ja. 210. Ja. Krass. Gar nicht mal so verkehrt, ne? Aber gut, wenn er auch privat ist und wenn er so Bodyshaming-Geschichten macht und danach immer ein Statement droppt, folgen vielleicht auch viele gerade, weil wir mitten in der Ausstrahlung sind und weil sie sensationsgeil sind, weißt du? Ja, ja, ja. Die haben es halt auch alle verstanden, dass das Drama bei Instagram weitergeht und das macht Klicks und das interessiert uns natürlich auch. Von daher, macht schön weiter. Ich geh mal ein bisschen zurück. Ich seh gar nicht mehr. Ja, Brudi, dann geh doch hin. Soll ich hier? Ja, nee. Ja, leh nicht noch weiter nach vorne. Ja, ich kann sitzen, wenn ich will. Ja, ich möcht halt auch kommen. Was ist los mit dir, Heils Maul? Boah. Ich find sie so widerlich. Das ist so... Die haben einfach gar keinen Respekt voreinander. Aber er hat nicht gesagt, Heils Maul. Nein. Er setzt sich ja nur zur Wehr, weil sie so bossy immer ist die ganze Zeit. Wie so eine strenge Mutter. Ja. Und wenn er das macht, dann kommt sie genau wie Jakob um die Ecke. Der hat den Nicola ja auch mundtot gemacht. Das gefällt ihr dann nicht. Sie will zwar, dass er männlich ist. Wenn er sich aber widersetzt, dann gibt's den Hals Maul, sonst brech ich dir den Kiefer. Wie die immer direkt redet, ne? Also ich komm darauf nicht klar. Ich find sie widerlich. Da war ich nicht direkt. Das ist echt eklig. Da war ich in meinen Augen. Sie macht jetzt ein Coaching, ne? Sie hat letztens auch ein Selbstwertplakat gemalt. Gloria? Ja, vielleicht hilft dir das, ja. Ich glaube... Maus, das ist nämlich nicht, dass ich dich nicht mag, aber das ist keine Umgangsart. Und ich finde, wenn man das schon... Sagt ihr Hals Maul zueinander? Nein. Ihr seid seit 15 Jahren zusammen, oder was? Wenn man das einmal... Ich finde, wenn man diese Schwelle einmal überschritten hat... Dann ist es auch vorbei. Dann ist es auch vorbei. Ja. Dann kannst du es lassen. Ja. Also vor allem, wenn du es im richtigen Streit in der Situation machst, ist es auch nochmal so ein bisschen was anderes. Was anderes als so ein Scherz. Sie hat sich ja nur so hingesetzt. Jetzt mach doch mal Hals Maul jetzt. So das ist ja... Sie hat es ja in der normalen Stimmlage gesagt. Und das ist voll fehl am Platz, diese Ausdrucksweise. Ja. Also wieso artikuliert sie sich so? Wir haben sowas... Also ich habe auch in meiner... Also in meiner letzten Beziehung... Zwei Jahre nicht ein einziges Mal... Also ich finde so, wenn du... Wenn du dich dann immer noch aus so beleidigst und Hals Maul... Und du bist kein Mann... Nein. Nein. Nico. Wir haben auch noch. Was geht dich das an? Ja, was... Warum? Was juckt dich das? Weil... 10 Minuten. 10? Ja. Megan? Warum? Weil ich mir vielleicht Finger im Po stecke. Keine Ahnung, was wirklich das? Aber wer hatte noch mal extrem lange auch immer Zähne geputzt? Bei Make Love Fake Love, ne? Der Fabio mit den langen Haaren. Könnte sein. Hatte sie auch immer so 30... Aber was juckt sie das denn? Die sind doch eh nicht mehr zusammen. Erstens. Und zweitens selbst wenn. Ja. Also selbst wenn er noch mal in die Küche geht und sich noch mal ein Brot schmiert. Okay, nach dem Zähneputzen macht nicht so viel Sinn. Er dürfte machen, was er will. Ganz ehrlich. Und dann will sie am Ende noch angefasst werden im besten Fall, oder was? Ja. Also es wird mich ja maximal abgehören. Wenn dieser Tyrann im Bett auf mich wartet und... Nee. Was machst du jetzt noch 10 Minuten? Und dann diese Art auch so. Jetzt steht sie auf und dann so. Was machst du denn da? Was hast du jetzt noch 10 Minuten zu tun? Was machst du da? Boah. Ja, mach dich doch dann fertig. Mach dich doch jetzt fertig. Ecklich, ne? Ich verstehe das auch nicht. Also vor allem, was ich nicht verstehe... Was schief gelaufen ist. Ja, wenn wir schon... Wir sehen nur 30% von dem. Und die, die im Haus waren, müssen ja auf jeden Fall die 100% gesehen haben. Und da ging es ja auf jeden Fall noch mehr ab. Ich finde es ganz schlimm. Hat da jemand mal was gesagt? Das würde mich so interessieren. Das wird ja nicht ausgestrahlt. Aber gab es da wohl mal so zwischendrin so einen Moment, wo sich einer hingestellt hat und gesagt hat, Gloria, alter, geht es noch? Ja klar. So wie redest du eigentlich mit dem? Also man sieht das ja als Zuschauer nicht, dass einer Partei ergreift. Aber das würde mich richtig interessieren. Am Anfang war ja das ganze Haus gegen sie. So ziemlich, ne? Weil sie den ja so wie so ein Hündchen behandelt. Wobei ich behandle meine Hunde auch nicht so, ne? Außer wenn die drohen, über die Straße zu gehen und überfahren zu werden. Ja, dann... Dann sag ich schon, ey, Doni! Ja. So, aber ansonsten... Doni heißt deine Hunde. Adonis. Oh, da! Adonis! Geil! Stark! Fabio! Nein! Ich bin dein Ex-Von. Möchte aber das nicht? Mach ich nicht! Das fandst du auch komisch, ne? Dass du von ihm gekrault werden willst. Ultra. Also die sind nicht mehr zusammen. Warum willst du gekrault werden, Malisa? Ich verstehe das nicht. Das ist doch... Oder... Der Gedanke kommt mir jetzt erst. Die hatten halt eine offene Beziehung. Und da war das so... Ach stimmt, da war das eh egal. Also da gibt's ja halt auch wahrscheinlich nicht kraulen mit Gefühlen. Also ich finde kraulen halt super intim, ne? Das so kraulen, kuscheln, das ist so... Ja. 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 Nicola. Du wirst jetzt schnell durchhauen. Ja. Nicola! Hup! Kannst du dich jetzt bitte beatmen und schlafen? Schlaf doch! Ist so! Ja, wieso schläft sie denn nicht? Warum lässt sie sich so davon beirren, was Nicola... Wann er fertig ist? Das ist richtig dumm. Sorry. Unnormal. Jetzt kommst du her. Was? Darf ich gucken? Und dann? Und dann? Ach so, Mann. Mordst du nicht die ganze Zeit. Warum machst du so scheiße zu mir? Ja. Was ist sein Fehler, dass er sie nach so einer Aktion umarmt? Mhm. Eigentlich müsste er demonstrativ sagen, nein Gloria, solange du dich so übergriffig emotional und geistig mir gegenüber verhältst, möchte ich nicht dir näher kommen. Aber er kommt dann ja, nachdem sie ihn da 10 Minuten nervt und umarmt sie. Vielleicht steht er aber auch da drauf. Das hast du gestern auch schon gesagt, ne? Ja, vielleicht braucht er das, so eine Frau, die ihm so richtig in den Arsch tritt und so. Vielleicht tönt ihn das an, dass sie so schreit, weil ich kann mir das gar nicht anders erklären. Es gibt ja auch richtig viele, die Dominas bezahlen. Das kommt dem ja schon nahe. Also die wollen ja unter... Wie nennt sich das? Unterdrückt werden. Mhm. Das ist ja so. Also sie ist schon sehr... Sie hat ja auch in der Badewanne diese eine Szene, wo sie sich so... Das war ja ultra unangenehm zu gucken, ne? Hast du es gesehen? Was denn? Na, er lag in der Wanne und sie kam so geräkelt zu ihm und hat dann so irgendwas gesagt. Und dann hat sie doch so gesagt so... Äh... Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber so nach dem Motto beleidige mich oder sag mal was Böses zu mir. So nach dem Motto, damit sie mal sieht, dass er auch so... Ne, dass er über andere redet, dass er sich zur Wehr setzt. Sie findet das nämlich geil, wenn er auch mal die Klappe aufmacht. Also sie wollte nicht beleidigt werden, aber er sollte... Soll sie beschützen? Okay, verstehe. Bist du ready? Für was? Für den Popo... Knall... Keine Ahnung... Wie lange brauchst du? Soll ich die Wäsche von unten holen? Nein, du tust jetzt was essen. Hä? Das ist der nächste Morgen. Siehst du, was machst du? Falsche Antwort. Du gehst jetzt was essen. Ja. Äh? Einfach performen. Wie so eine Mutti. Wie eine Mutter. Niko! 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 Was denn, Gloria? Was denn, Gloria? Was denn, Gloria? Geil. Könntest du bitte aufhören? Du machst mir einen Stresstil. Ja. Boah, ich fühl dich, Niko. Ich kann das auch gar nicht gebrochen, wenn du mich morgens stresst. Stell dir mal vor, ey. Ich will ganz in Ruhe meine Zeit für mich haben, meinen Tee trinken. Und nicht noch jemanden so. Ja. Ich höre einfach, dein Mann wäre die ganze Zeit so. Kim! 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 Kein Tee! Isst jetzt mal dein Brot. Du brauchst Kraft. Stell dir mal vor. Ich würde denken so, was geht? Ja, ja. Voll. Ich bin doch Herr meiner selbst. Ja, dankeschön. Was ist? Ich habe hier einen Kaffee für dich. Ich habe einen Kaffee für dich. Trink den jetzt. Trink den jetzt. Mach mir nicht Stress. Geh essen. Mach schnell. Brudi, ich habe gerade nur gesagt, ich habe einen Kaffee für dich. Brudi. Brudi. Nee, sind die nicht sogar verheiratet? Und dann so auf Agro. Ey, ich habe dir doch nur gesagt, ich habe einen Kaffee für dich. Trink jetzt, Alter. Brudi. Nein, danke. Doch, du brauchst einen Kaffee Koffein. Er kann selber entscheiden, was er braucht und was. Ey, ist ganz krass, ne? Ganz schlimm. Ich trink keinen Kaffee. Dein Ernst? Dann lass ihn hier stehen. Trink sie nicht. Er trinkt. Doch, natürlich, aber... Er macht... Sag doch nicht einfach Sachen, um mir wehzutun. Boah, jetzt manipuliert sie ihn auch noch. Voll. Aber der Gustav stand da die ganze Zeit daneben. Und ist verstört fürs Leben, ne? Aber ich glaube, ich hätte da gestanden und gesagt so, hä? Gloria? Ist das grad dein Ernst? Bist du gegen die Wand gelaufen? Lass doch mal deinen Mann, Ex-Mann, wie auch immer, lass ihn doch in Ruhe. Ja. Ach, zieh mich! Zieh mich! Komm! Ich finde, das ist so das Sinnbild von Julianos und Sandras Beziehung. Zieh mich! Aber auch im wahren Leben. Ja. Er ist einfach so da. Er macht so sein Ding. So auf seine Art und Weise. Und Sandra ist eigentlich so die, die die Ahnung hat, die so den Teil vom Leben. Die was kann einfach auch, ne? Die ist ja auch nicht dumm. Und Sandra ist ja schon... Ne. Im Gegensatz zu ihm, ja. Ah, sie aber geil, ne? Er hat nichts gemacht. Hast du doch auch die ganze Zeit diese wilden Wofen? Er hat nichts gemacht. Auch nicht die Füße gemacht. Nichts. Er hat mich einfach nur angeschrieben. Also ihm ist jetzt schlecht vom Nichtstun, oder was? Also er sieht sich an der Opferrolle, weil er ist ja eingewickelt worden und hat ja nur da gelegen. Ich glaube, die anderen haben alle mitgepaddelt in dieser Folie. Oh, der hat aber gar nichts gemacht. Wie immer. Ja. Und darauf kommt Sandra nicht klar, was ich sehr verstehen kann. Sie ist einfach angewidert. Und hoffentlich war das so ein Wake-up-Call, dass sie nie wieder schwach wird. Ich glaube, sie kann sich auch nie wieder von ihm knallen lassen, oder so. Hoffentlich. Aber warte runter. Komm. Dreh ich mal rein. So. Alles klar. Die Liebe. Dieses Augenvertreten ist einfach so... Oh mein Gott. Widerlässt. Mein Gott, ey. Es ist auch nicht so, dass er jetzt mal eine Minute unter Wasser war. Also, ich war ja über ihn, hab ihn ins Gesicht geguckt. Also, wäre er eine Minute unter Wasser gewesen, hätte ich es, glaube ich, gemerkt. Ja. Sie ist halt echt nicht dumm, ne? Sie ist einfach so... Was zur Hölle machst du grad hier für eine Show? Ich hab das doch gesehen, dass du hier nicht verrückt bist. Ja. Ganz schlimm. Kann ich ein Toastbrot haben? Einfach nur ein Toast. Er ist ein Toastbrot. Ja. Er ist einfach ein Toastbrot. Das ist das Wort, was wir gesucht haben für ihn am Anfang. Er ist ein Toastbrot. Ein Toastbrot. Oh mein Gott. Ja. Kannst du einfach vergessen, der Typ. Den kannst du einfach knicken. Wirklich. Also, wir sind jetzt im Halbfinale. Ja. Und das haben wir verdient, weil wir haben Wille, Ehrgeiz und Kampfgeiz bewiesen. Also, ich hab sehr viel Kampfgeiz und Ehrgeiz bewiesen. Ja. Jetzt weniger. Du hast eher rumgeheult. Genau. Und nicht mehr. Ich wollte dir ganz kurz sagen, dass ich richtig stolz auf dich bin und dass du es richtig gut gemacht hast. Das war jetzt süß, ne? Ja. Der erste Moment war... Der Wille war da. Der Wille war da, genau. Aber die Antwort hat ihm nicht gepasst und dann ist er direkt umgeswitcht. Dann ist direkt wieder so... Dass es mir leid getan hat, wenn ich manchmal geschrien habe. Du hast mich manchmal geschrien. Kein anderer ist gepaddelt. Tatsache. Ja. Da kannst du dann ja eigentlich sagen, Giuliano, ja. Hast recht. Da hast du recht. Das hätte ich anders machen müssen. Du bist diejenige, die sich immer an alle Regeln halten würden. Nee, das hat nichts mit Regeln zu tun. Bist du mit mich verarschen? Giuliano, du bist jetzt mal leise und lässt mich ausreden, weil ich hab da draußen alles gemacht. Oh, ich feier sie so sehr. Endlich. Dass sie einfach sagt, halt's Maul. Lass mich mal ausreißen, aber trotzdem in dieser schönen Tonlage, dass du nicht das Gefühl hast, du wirst so angeschrien. Nee, nee. Das wäre ganz anders, wenn Gloria den Mund auch machen würde, ne? Ja. Genau. Nee, sie steht einfach hier für sich ein und ist so schön. Klasse, ne? Ach, Sandra. Und ich nicht. Nein, du hast nichts gemacht. Ja, fucked. Du hast einfach nichts gemacht. Jetzt ist einfach so. So, du kannst dich zwar jetzt gerade dafür entschuldigen, aber du hast trotzdem nichts gemacht. Ja, iss einfach noch ein Toastbrot und geh. Du lachst da wie ein Stück Fleisch. Kein anderer Paddel, du musst mir mithelfen. Und du machst das einfach nicht. Ich brauchst dich jetzt nicht hier insetzen und lachst es hierher. Ich konnte nicht, weil du falsch gewickelt hast. Du bist so ein Esel, ganz ehrlich. Du merkst gar nichts. Ich komme gerade eben zu dir und entschuldige mich, dass ich mich angeschrien habe. Ja, aber das macht es ja jetzt nicht ungeschehen. Sie darf ja immer noch sauer sein über das, was passiert ist. Korrekt. Und dann aber auch wieder die Tatsache so, du hast falsch gewickelt. Genau, du Esel. Du bist das eigentlich nicht, der schuld. Ja. Trotzdem ist es doch seine Aufgabe mitzupaddeln. Das hat er nicht gemacht. Ja. Verstehung. Du stehst da einfach nur und zeigst kein bisschen Reue und sagst, du stellst dich hierhin und sagst einfach nur so, ja wegen mir haben wir gewonnen, nur ich habe alles gemacht. Aber was für Reue zeigen, das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum soll sie jetzt Reue zeigen? Wofür? Weil sie durchgezogen hat und sie zum Sieg gebracht hat? Und er so, du tust jetzt so, als wenn nur du alles getan hättest, ne? Und sie so. Im Endeffekt war es so. Es war einfach so. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? Ja. Ne? Wir sind durch. Das war's? Ja. Wir haben ja ein bisschen die Zeit im Nacken, weil eure Bahn fährt, ne? Ja, das ist so gut. Aber, was willst du noch zu den Schnuffelhasen sagen? Das ist deine Bühne. Hm, Schnuffelhasen. Ich bin eine von euch und ich bin richtig aufgeregt, dass ich hier war und ich hoffe, ich darf nochmal kommen, weil es hat richtig Spaß gemacht. Genau. Können wir vielleicht nochmal Kampf der Reality Stars machen? Voll gerne. Ja. Ja. Ja, weil meine Lieblingsassistentin hat, wir sind gestern hier im Hotel angekommen und dann meint sie ja vorne am Hotel so, ah, ihre Buchung ist für Juli. Und wir so, oh, you had one job. Aber ist nicht schlimm, hey. Dann machen wir das einfach nochmal. Im Juli kommen wir nochmal. Ja. Das ist einfach zwei Tage nach unserer zweiten Hochzeit, ne? Ich heirate ja nochmal im Juli. Ja. Nach zehn Jahren Ehe machen wir nochmal eine zweite Hochzeit. Ja. Und unsere Reise nach Hamburg ist wirklich zwei Tage danach. Ja, perfekt. Dann machen wir Honeymoon zusammen quasi. Ich auch? Nein. Ja, doch. Okay. Du bist einfach mein Markus-Esser, weil mein Mann war sich zu Hause. Jetzt wird er eifersüchtig sein. Ja. Nein. Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mich eingeladen hast. Das war richtig schön. Ich freue mich voll. Das war eine ganz tolle Begegnung. Ja. Okay, tschüss. Mach's gut.